Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 304. Mein Name ist René und außerdem mit dabei der Herr Marvin. Ja, um was geht. Und der Herr Basti. Gute und Grüße. Gute und Grüße, genau, an die Live-Hörer, an den Chat und an alle, die das später hören und vor allem an alle, die gestern in Schalke live mit dabei waren, stand jetzt DFB-Pokalsieger 2018 Eintracht Frankfurt. Wir werden uns heute sehr umfangreich mit dem Thema Pokal und Bundesliga beschäftigen, müssten aber vielleicht davor noch einmal das Thema Kovac nochmal der Vollständigkeit halber so kurz umreißen, was sich nach unserer Sondersendung vom vergangenen Freitag noch so alles mehr oder weniger getan hat. Wir werden einiges auch noch so ein bisschen nachher bei den Dummschwitzern auflösen, aber einfach der Vollständigkeit halber für diejenigen, die es nicht mitbekommen, was ich mir nicht vorstellen kann. Wir haben ja die Sondersendung am Freitag aufgenommen und es gab danach noch, dann doch verspätet die eine oder andere Aussage von unseren Freunden vom FCB und man hält sehr stark an dieser Aussage mit dem Donnerstag fest. Kovac hat das Ganze ja selbst dann auch nochmal in einem längeren Pressegespräch aufgegriffen und hat es da nochmal so ein Stück weit relativiert, nämlich die Aussage, dass er ja schon sehr lange über das Thema nachgedacht hat und von daher die Entscheidung von ihm nicht an dem einen Tag gefällt wurde, so wie sich das am Anfang irgendwie darstellte, sondern er quasi die Entscheidung schon vorher getroffen hat und es von daher für ihn einfacher war, da diese Aussage zu treffen. Was ich so alles im Nachhinein eben von diesem Pressegespräch gelesen habe, ist das eigentlich zu 100 Prozent das, was ich mir gewünscht hätte, was er dann einfach auf dieser Pressekonferenz sagt, um da diesen Druck rauszunehmen, weil da steht jetzt nichts drin, wo man ihm jetzt wirklich irgendwie böse sein muss, sondern das ist absolut nachvollziehbar und man hätte einfach viel Stress aus der ganzen Thematik rausnehmen können, wenn man das direkt gesagt hätte und nicht erst irgendwie zwei Tage wieder ins Land gehen lässt und jeden Dös-Buttle vom FCB erst noch irgendwie ins Mikro schreien lassen, bevor man da mit diesen Aussagen irgendwie rauskommt. Ja, also ehrlich gesagt, will ich dazu jetzt gar nichts mehr sagen. Also für mich ist es mittlerweile, ich muss das jetzt abhaken, für mich gibt es wesentlich Wichtigeres. Also ganz ehrlich, das ist jetzt auch wieder, wir haben jetzt am Freitag darüber gesprochen, das interessiert mich jetzt nicht. Fakt ist, dass wir jetzt hier weitergekommen sind im Pokal, dass es sportlich weitergehen muss und wir jetzt gerade wieder in eine gute Richtung eingeschlagen haben. Das versuche ich jetzt einfach echt auszublenden, weil das bringt mir nichts. Also wenn ich jetzt wieder negative Gedanken bekomme, dadurch, dass irgendwelche Aussagen mir nicht gefallen und dass ich dann an diesem eigenen, noch bestehenden Konstrukt innerhalb der Eintracht-Familie in Anführungsstrichen dann zweifeln muss, dann will ich das ehrlich gesagt nicht. Ich versuche das auszublenden mit einer schönen, mit einem schönen Nebenfakt, dass ich natürlich dabei bleibe, dass ich meine Positionierung ganz klar gegen den FC Bayern mache, um mir mehr Emotionalität, ja wie soll ich sagen, mehr Emotionalität aufzubauen, gerade im Hinblick auf die kommenden Spiele, aber ansonsten, ich denke, Kovac, ich denke, er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat, das merke ich auch an gewissen Nuancen von ihm selbst, auch an teilweise verhaltenen Jubelposen, jetzt am gestrigen Tag hat man es gemerkt, soll ich jetzt den Fernseher nicht so zu den Fans, da war er sich teilweise unsicher. Ich glaube, der Boomerang ist schon längst wieder zurückgekommen und er weiß ganz genau oder er fühlt sich extrem unwohl mit der Tatsache, dass die Bayern halt diesen Mist gemacht haben, den sie gemacht haben mit der Veröffentlichung und damit ist es für mich auch gut, weil ich will, dass die Eintracht jetzt die Saison erfolgreich zu Ende bringt und brauche jetzt gar keinen negativen Gedanken. Mir ging es jetzt auch nicht um negativ, mir ging es jetzt nur darum, dass ich das eben quasi jetzt so als Schlussstrich unter dem Thema sehen würde, es haben jetzt alle ihre Argumente ausgetauscht, jetzt heißt es voller Fokus nach vorne, das Thema wird, da sind wir uns sicherlich einig, stimmungsmäßig bei mindestens zwei Spielen vor der Sommerpause oder vor der WM-Pause nochmal zu spüren sein und aber im Prinzip ist da jetzt alles gesagt, das läuft jetzt noch fünf Spiele und dann ist das Thema auch durch und für mich geht es jetzt darum, auf das Spielerische zu gucken und zu hoffen, dass da relativ schnell ein Nachfolger dann jetzt auch kommuniziert wird, sodass man dann einfach jetzt auch Planung anstreben kann für die nächste Saison. Das sehe ich genauso, aber natürlich ist das, das ist der komplette Sachverhalt, also wie alles passiert, das ist jetzt einer, den man im Auge behalten muss und wo man dann aber auch wirklich mal sagen kann, wir bräuchten eigentlich mal größere Aktionen. Also, dass wir uns dann wortreich beschwert haben, dass so Dinge wie dieses Liegen an die Sportbild einfach nicht funktionieren dürfen, dass das eigentlich nicht klar geht, das darf auch nicht wieder verhalten und ich glaube, das ist an uns allen, dass wir dann vielleicht auch mal irgendwann eine größere Aktion starten und sagen, weißt du was, also Uli nicht mehr mit uns, ja, nicht mehr in diesem Rahmen, ja, du bist nicht der alleinige Herr in der Bundesliga, weil das ist genau dieses Gebaren, was er an den Tag legt und dementsprechend denkt er ja, dass er solche Sachen machen kann und sie dann irgendwie wortreich verdrehen, die Tatsachen, um sich positiv darzustellen. Da müsste man grundsätzlich auch mal überlegen, ob man vielleicht selbst was an den Staat bringt und um diesem wirren Herren irgendwann Einhalt zu gebieten. Ich finde aber, ich finde, dass René das nochmal angesprochen hat, ist ganz gut, weil ich finde, so kann man das Thema einleiten, dieses Ergebnis ist echt so, so wichtig, weil ich finde, diese Sachen, die nach unserer Sendung noch passiert sind, die hätten jetzt nicht zur Befriedung beigetragen, weil dieses, ich, ja, Kovac tut mir fast schon ein bisschen leid, sogar wieder fast jetzt. Ja, genau. Also, du hast, Marvin hat es gesagt, er weiß, dass er Mist gebaut hat, aber dieses, was mich echt, was, im Nachhinein hätte er echt auch, selbst wenn er die Woche vorher da gelogen hat oder beziehungsweise mit seinem Stand jetzt sich so ein Türchen offen gelassen hat, er hätte ja auch im Nachhinein sagen können, Leute, letzte Woche konnte ich euch das nicht sagen, ich wollte, er hätte die Wahrheit sagen können, er hätte sagen können, ey, das war so und so geplant und dann ist es durchgekommen und mich regt das noch mehr auf als euch, so, weißt du? Und dann hätte er sagen können, weil es geht um Eintracht Frankfurt und ich will unsere Ziele erreichen und dieser Verein ist mir wichtig, weil ich ja auch hier die Chance bekommen habe, mich in der Bundesliga zu zeigen, Fans sind mir ins Herz gewachsen, blabla blub und deswegen macht es mich genauso fertig wie euch, aber ihr werdet verstehen, wenn ich die Chance ergreifen muss. Also er hätte selbst nach diesem Gebabbeln und nach diesem Schmierentheater in den Wochen zuvor und an dem Tag auch noch im Nachhinein zumindest mal, ja, einfach sagen, die Fakten auf den Tisch legen können, aber was der Marvin dann gesagt hat, was dann auch wieder von Bayern-Seite kommt, dann kam wieder diese Aussage von Rummenigge, ja, dass ja der, sie, er und Uli hätten jetzt den Bobic mal so ein bisschen zu Ressort gebracht und deswegen ist er jetzt ganz ruhig runtergecoolt, haben sie ihn. Nein, aber das ist wirklich, das ist eine Art von Provokation, die schon wirklich in diese Donald-Trump-Schiene geht. Also das geht wirklich in diese Donald-Trump-Schiene, diese Dreistigkeit mit Lügen, das Gegenüber so sehr zu provozieren, dass das irgendwann im Sinne die Kontrolle verliert, dass du quasi den Kontrollverlust als dein Argument hast. Wenn ich so lange jemanden provoziere mit irgendeiner Scheiße, er lässt sich dann zu einer anderen Scheiße hinreißen und ich benutze das dann gegen ihn. Das ist genau diese Taktik, die Trump auch benutzt und das benutzen die Bayern auch. Das regt mich auf, aber normalerweise hat es gesagt und wir haben ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ich will jetzt auch gar nicht mehr drüber reden. Ich will eigentlich nur einleiten zu sagen, dass wir zum Spiel kommen. Es ist echt auch ein Segen für uns alle, dass die Eintracht gestern gewonnen hat, weil man das Thema damit auch abschließen kann. Weil hätte die Eintracht gestern verloren, dann wäre das vielleicht nicht von unserer Seite gekommen, aber es wäre die Diskussion aufgekommen, ja, soll man Kovac jetzt entlassen, blablabblub. Gestern hat mir gezeigt, er hat es mir auch gezeigt, weil man muss auch mal sagen, er stand an der Seitlinie. Ich glaube, der hat auch ein bisschen geheult selber, weil es so, ich glaube auch diese ganze, es war natürlich eine Mischung aus Rührung, Freude und aber auch Anspannungsabfall aus den letzten Wochen. Und ich finde jetzt trotzdem, dass man, natürlich ist das Verhältnis Eintracht oder Eintracht-Fans Kovac ist unterkühlt. Vielleicht wird das nochmal geiler, wenn er uns noch in der Europa League führt oder einen Pokal sogar vielleicht holt, dann wird das mit Sicherheit auch irgendeine Szenen geben, weil die Fans dann vielleicht ihm auch leichter verzeihen können. Es ist jetzt aber noch nicht so, also es wird weiter unterkühlt erstmal bleiben. Wichtig ist aber, dass man das Gefühl hat, dass alle Parteien, seien sie noch so anderer Meinung oder verfolgen andere Interessen, dass trotzdem alle an einem Strang ziehen. Das hast du gestern gesehen, das hast du der Mannschaft angesehen, die jetzt kein überragendes Spiel gemacht hat, die aber trotzdem so sehr gekämpft haben bis zur Besinnungslosigkeit und dieses Spiel immer irgendwie wieder dran geglaubt haben. Und du hast es auf den Rängen gemerkt, du hast es nach dem Spiel gemerkt, da gab es keine, keine irgendwelche, da war ausgelassen. Es war für mich einer der emotionalsten Abende der letzten Jahre auch am positiven Sinn. Es war einfach, es war auch für uns so. Wenn man gemerkt hat, dass gerade so am Anfang war, zumindestens, also bei den Schalkern habe ich es jetzt nicht so wahrgenommen, aber gerade so auf der Eintrachtseite bei den Spielern und auch bei Kovac, da war in den ersten 10, 15 Minuten war eine immense Anspannung. Nachvollziehbar wäre auch ganz komisch, wenn das nicht wäre, aber gerade bei Kovac ist es mir halt aufgefallen, der sehr viel auch direkt mit dem vierten Offiziellen angefangen hat, da zu diskutieren über die, wie ich fande, zwischenzeitlich oder von Beginn an sehr fragwürdige Spielführung des Schiedsrichters. Ich weiß nicht, ob man das im Stadion so wahrnehmen konnte, aber da war extrem viel Anspannung drin, bis so die ersten, bis so die erste Chance, die war ja glaube ich auch relativ früh, so zehnte, zwölfte Minute, der lange Ball, der da auf Boateng ging, der auf Jovic ablegt. Da hast du gemerkt, okay, jetzt kommt so langsam das Selbstvertrauen und die, der Glaube daran, dass man da was schaffen kann, halt eben auch hin. Und die Taktik in der ersten Halbzeit war ja einfach auch brutal Beton anrühren. Also da war ja, da standen wir ja zwischenzeitlich mit allen Mannen im eigenen 16er und haben wirklich die Räume so dermaßen eng gemacht, da hättest du ja nicht mal irgendwie so ein Butterbrotpapier irgendwo durchschieben können. Ich glaube, das wäre aber glaube ich auch so gewesen, wenn Kovac bleiben würde. Also ich glaube, diese Taktik ist unabhängig davon zu sehen. Ja, die Taktik, ja, aber die Anspannung fand ich wahr. Ja, weil die haben Tedesco eigentlich mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Zu sagen, okay, Schalke spielt selbst zu Hause immer abwarten und lässt den anderen machen und haben vielleicht gedacht, der Eintracht lässt sich provozieren, haben die nicht gemacht. Man muss auch sagen, die Eintracht, Schalke, also die Eintracht war jetzt nicht überragend, aber die hat, Schalke ist auch nichts eingefallen. Also die Schalke waren jetzt nicht so brutal gefährlich, dass du einen Angriff nach dem anderen überleben musstest, sondern die haben wirklich Tedesco so ein bisschen in den Zahn gezogen. Das fand ich super, das muss man dem Trainer bei einem anderen machen. Und was willst du auch machen? Und ich meine, was willst du auch machen? Das ist doch ganz klar, dass wenn du aus einer Situation kommst, die mit so vielen Ungereimtheiten in den letzten Tagen einherging, so viele Situationen, wo du gedacht hast, scheiße, okay, jetzt könnten mir theoretisch die Fälle davon schwimmen, ne? Dann bist du natürlich erstmal um Ordnung bemüht, bist natürlich auch darum bemüht, dass du gegen einen Gegner, der mit einer breiten Brust aus einem Derby-Sieg auskommst, wo sie einer ihrer Erzfeinde locker weggekickt haben, ja, dann ist es doch ganz klar, dass ich erstmal um Reserviertheit bemüht bin, muss erstmal sehen, dass ich meinen Laden einigermaßen dicht halte. Und ganz ehrlich, genau dieses Spiel habe ich mir gewünscht. Ich habe mir genau das gewünscht, dass die Eintracht zu einer inneren Stabilität zurückfindet und dass sie auch mal dreckig endlich wieder gewinnt. Weil wenn wir das beibehalten, wenn wir genau das beibehalten, ich brauche keine Schönspielerspiele mehr jetzt, die nächsten fünf Länge. Das ist mir scheißegal. Ich will, dass wir jetzt die Punkte einfahren. Ich will, dass wir jetzt die Ziele erreichen. Und die erreichen wir gerade auch dadurch, dass uns einer nach dem anderen wieder wegbricht, wie das natürlich am Ende dieser Saison so ist, dass wir jetzt den Verletzten haben, den Verletzten haben. Das erreichst du nur dadurch, indem du genau bissig bist, deinen Laden hinten dicht hältst und dann auch auf den ein oder anderen Fehler vertraust, ja, den die Gegner machen und manchmal halt auch das Glück hast. Aber genau dieses Glück, was wir am Ende, worüber wir gleich noch sprechen werden hatten, das haben wir uns auch erarbeitet. Denn es gab keinen richtigen Schwachpunkt innerhalb dieser Mannschaft. Und das war eine sehr couragierte Leistung. Und deswegen muss man sagen, hat die Eintracht das optimal gemacht, indem sie diese eigene verunsichert hat. Ganz klar, die in den letzten nicht guten Ergebnissen geschuldet waren, trotzdem so hingepügelt hat, dass sie einigermaßen sicher stand. Das war für mich eine richtig gute auch, und das muss ich auch sagen, auch taktische Leistung von Niko Kovac, der sich diesmal nicht halt auscoachen lassen. Ja. Wir hatten keinen Schwachpunkt, da gebe ich dir recht. Was aber bei mir regelmäßig am Anfang für so ein bisschen Herzflattern gesorgt hat, war immer dann, wenn es einen Rückpass zu Radetzky gab. Und wenn Marco Russ auf einmal auf der Außenbahn versucht hat, für den Spielaufbau bis über die Mittellinie zu gehen. Oder noch schlimmer, das hat einer per Twitter dann noch ergänzt, ist, wenn sie Hasebe und Abraham zugestellt haben. Und die einzige Option von Radetzky war, Marco Russ anzuspielen. Das war immer der Moment, wo ich gedacht habe, um Gottes willen, lass uns bitte schnell vorbeigehen. Ja, aber ich glaube, dass der Unterschied in der Bewertung von den Spielen liegen, dass der Marvin nämlich im Stadion war. Ich glaube, der Marvin und ich hatten als Fans auch emotional dieselbe Taktik wie die Mannschaft. Also dem Marvin und mir war es völlig egal, wie das zustande kommt. Wir haben einfach nur die Mannschaft angefeuert und haben einfach nur gehofft, dass das Spiel, umso länger das Spiel geht, umso länger so 0-0 steht, dass sie einfach in dieser Lage ist, diesen Lucky Punch zu setzen, was genauso passiert ist. Und dass es natürlich da Sachen gab, die nicht optimal waren, ist klar. Aber ich glaube, an dem Tag ging es darum auch gar nicht. Das war völlig egal. Und ich fand Radetzky eigentlich eher angenehm. Ich habe das Gefühl gehabt, der hat jetzt im Nachhinein auch gesagt, er geht. Er geht jetzt. Und ich habe das Gefühl, für ihn ist es auch ganz gut jetzt. Er weiß, da kommt ein neuer Torwart. Er weiß jetzt, woran er ist, wohin geht. Das ist seine Sache. Er wird das schon seinen Vater erklären lassen. Aber diese eine Parade, glaube ich, gegen Burgstaller war es. Das hat mir gezeigt, okay, der ist auch wieder da. Der ist wieder da. Zwei oder drei. Da war einmal der Kopfball, wo er das Ding über die Linie lenkt. Dann war dieses Ding von Burgstaller, wo er aus kürzester Entfernung den Arm hochreißt. Und dann hatte er später noch eine, wo er ganz knapp irgendwie mit dem Fuß dran war. Also der hatte halt wieder echt seine Paraden. Er war wieder on point. Aber am Anfang war so aus, einfach bei mir so aus den vorangegangenen Spielen immer so dieses von wegen, das hat in letzter Zeit nicht funktioniert. Das will ich jetzt gerade nicht so richtig sehen. Also das hat er auch in der Nachspielzeit, in den 90. 94. 95. gab es auch so gewisse Unsicherheiten, wo du dir zu leicht den Ball wieder zum Gegner hast kommen lassen. Aber man muss halt sagen, woran bemüsst man halt den Torwart dann halt doch, dass er genau das gemacht hat, was er in den letzten Wochen halt nicht gemacht hat. Dass er fast unmögliche Situationen möglich gemacht hat und dass er es geschafft hat, sicher geglaubte Tore jetzt vom Gegner dahingehend zu beseitigen. Das war halt optimal. Also das hat man schon gemerkt. Radetzky hat zwei, dreimal herausragend pariert. Dafür wird er zum ersten Mal, also dafür wird er ja auch bezahlt hauptsächlich. Und das war eine Leistung, wo ich sagen kann, darauf lässt sich natürlich, also es hört sich an, das ist blöd an, dass er sich darauf aufbauen lässt. Aber wenn er zu dieser Stabilität zurückfindet, ist er wieder ein richtiger Gewinn für die letzten fünf Spiele. Und wie geil ist es denn, dass wir endlich wieder einen Torhüter haben, der zu seiner Leistung zurückgefunden hat, dass es nicht weiter nach unten geht, sondern dass er jetzt zum richtigen Zeitpunkt, kurz vor knapp, wieder den Weg, den richtigen Weg gefunden hat. Das ist doch geil. Das ist doch super. Und wenn ich mir dann angucke, Jovic, was ist denn los mit diesem Menschen? Was ist das für ein Feinheit? Was ein Tor. Ich stelle gleich meinen Ton runter und fasse mir in die Hose, Alter. Das kann ja nicht wahr sein. Ja, nicht nur das Tor. Hast du die Aktion, das war direkt danach, nach dem Anstoß, Jovic an der Auslinie, wie er die zwei Schalker da stehen lässt. Bei dem einen macht er irgendwie den Roulette und bei dem anderen den Tunnel da und spielt quasi Doppelpass mit sich selbst. Also der kann sowas von geil kicken. Ja, aber da lagen der Marvin und ich sind es, glaube ich, noch in den Armen zu dem Zeitpunkt. Das ist an mir vorbeigegangen. Also dieser Jubel hat etwas länger gedauert. Ja, das glaube ich. Aber generell muss man schon sagen, Jovic ist von der spielerischen Leistung oder Veranlagung steckt da ganz viel Potenzial drin. Ja, und ich muss auch wirklich auf das Tor natürlich zu sprechen kommen. Ich meine, du bist in einer solchen Drucksituation. Du weißt ja auch, deine Mannschaft hat in der letzten Zeit leider nicht so performt, wie du es dir gehofft hast. Du bist relativ nah dran an deinen Zielen, aber das hat in letzter Zeit nicht so funktioniert. Und dann, das hat er ja bewusst gemacht, das war jetzt auch kein Zufall, dass er seine Hacke da genommen hat. Da macht er das in vollem Bewusstsein und hat die Qualität, den Ball derart einzuschweißen, dass der auch unhaltbar für den Torhüter ist. Meine Güte, dann siehst du, in solchen Nuancen merkst du die unfassbare Qualität dieses Spielers. Der für mich auf jeden Fall schon seine 12,5 Millionen oder wie viel sein Ausstiegshausen wird. Wie schnell das geht, gell? Wie schnell das geht. Am Anfang haben wir noch gedacht, boah, die Ausstiegsklausel ist zu hoch, den holen wir eh nicht, der bleibt jetzt zwei Jahre hier. Jetzt ist man froh, dass das nur 12 Millionen sind, ehrlich gesagt. Ja, und wir hatten ja mal gedacht, dass die höher wäre, weil es gab ja mal eine Summe, die von 30 Millionen, die wurde ja auch mal gehandelt. Das wäre halt schon heftig gewesen. Aber 12,5 Millionen, da sage ich dir mal eins, wenn es jetzt schon die Möglichkeit gäbe, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dann würde ich die ehrlich gesagt jetzt schon ziehen. Weil wenn der sich jetzt nicht noch irgendwie einen Kreuzbandriss zuzieht, dann ist das ist auf jeden Fall etwas, was du, das ist ein reell, das kriegst du wieder raus. Also nachdem, was ich für ihn... Aber der hat so eine komfortablen Position, das nächsten Sommer erst entscheiden zu müssen, oder? Genau, also der Leihvertrag läuft bis 2019 im Sommer. Man überlegt aber jetzt schon, zumindestens habe ich das kurz vor der Sendung auf mehreren Stellen schon gelesen, man überlegt jetzt schon, ob man das Geld nicht investieren sollte. Bobic muss wohl in einem Interview heute gesagt haben, wir überlegen zu investieren, der könnte mal viel mehr wert sein. Aber wieso denn? Aber das muss man doch gar nicht. Man kann doch warten, oder nicht? Ja, du kannst warten, aber du musst es ja trotzdem einplanen. Einplanen. Ja, aber klar, das musst du ja bei erst nächsten Sommer zahlen. Ja, das ist das nächste Sommer. Und du kannst dich noch absichern, du kannst auch noch schauen, wer weiß, was ist, wenn da machst du das jetzt schon und dann auf jeden Fall glaubt er die Saison. Ja, es klang jetzt nicht so, als wenn sie sie jetzt direkt ziehen wollen, aber sie überlegen halt ernsthaft, die Summe zu investieren, beziehungsweise auch eben zu gucken, dass sie, wenn sie Budget für Transfers planen, diesen Betrag festeilt. Das ist auch schön blöd. Ja, ja, natürlich. Da kannst du ja den Mascarell-Move machen. Wenn der nächste Saison annähernd nochmal so spielt jetzt und wirklich Stammspieler wird von Anfang an und der weiter so scort, da kannst du ja wirklich den Mascarell-Move machen, dann ziehst du halt die Option, wenn er dann wechseln will, dann ziehst du die, verkaufst du ihn direkt. Also zu sagen, okay, nimmst du ihn für 12 Millionen, verkaufst du ihn gleich für 40. Die Frage ist halt nur, ob in der Zwischenzeit jemand zwischenfunken kann. Das weiß ich halt nicht, wenn die Gefahr besteht und da muss ich halt den Bobic dahingehend jetzt schlau machen, dann würde ich schon sagen, je früher desto besser. Dann hast du nämlich das Heft in der eigenen Hand und kannst halt schon sehen, wie du damit weiter umgehst. Das heißt, dann gehen die Angebote halt auch nicht nach Portugal, sondern gehen zu dir. Also da, das muss er abchecken, klar. Aber wenn es natürlich so ist, dass das ein Stein gemeißelt ist, dass er 2018, 2019 immer noch definitiv bei der Eintracht als Gleichspieler aktiv ist, dann könntest du theoretisch warten. Aber ich finde es gut, dass er sich damit auseinandersetzt und das sollte er am besten auch möglichst ruhig machen. Wir wollen ja keine schlafenden Hunde wecken. Durch solche Tore ist es natürlich so, spiele sich zwangsläufig ins Rampenlicht. Und das ist ein Spieler, der so eine Qualität hat, die er in den letzten Wochen auch immer wieder bewiesen hat. Das muss ich echt sagen. Und das ist doch geil. Guck dir das doch mal an. Jovic mit einem Leistungsexplosion in den letzten Monaten. Es geht immer weiter nach oben. Ist doch geil. Und Mascarell kommt zurück. Der hat Ewigkeiten jetzt auch wieder nicht auf dem Platz gestanden und macht ein brutal gutes erstes Spiel nach ein paar Wochen. Ich meine, das ist super. Und wie gut er übrigens auch damit umgegangen ist, dass er relativ früh, glaube ich, eine gelbe Karte gesehen hat. Da hatte ich plötzlich auch so ein bisschen Schiss, gerade auf der Position. Ja, und das hat er gut gemacht. Das sind für mich einfach so Ankerpunkte, wo ich sage, geil, Radetzky fit on point. Mascarell wieder da, spielt gut. Jovic, jawohl, der läuft. So, dann habe ich schon drei Ankerpunkte und dann habe ich noch nicht Abraham genannt, der für mich ein herausragend souveränes Spiel als Abwehrchef gemacht hat. Und ich bin mittlerweile echt zufrieden. Im offensiven Mittelfeld kannst du ganz klar auch, ähm, sagen sie es, äh, hier, äh, Dingens, ähm. Degussmann meinst du? Degussmann, aber auch Fabian erwähnen, die auch durchaus sehr gute Offensivakzente da gesetzt haben. Ich sehe gerade, die gelbe Karte für Mascarell war gar nicht so früh. Die war in der 70. Ah, okay. Achso, warte mal, dann dürfte er... Aber er hatte relativ früh, glaube ich, schon eine Verwarnung bekommen, weil er da, ähm, so ein taktisches Foulkurs hatte, aber das war noch vor der Mitte. Ach gut, aber in der 70. Okay, dann habe ich das falsch abgespeichert. Genau, in der 70. die gelbe Karte, in der 78. der Wechsel und in 78 plus 30, äh, glatt rot. Okay. Na gut. Dann ist das so. Ne, dann habe ich das falsch gesehen, aber ich muss halt trotzdem sagen, dass Mascarell einfach ein wunderbares Spiel dafür, Karte dafür gemacht hat, dass er halt wieder frisch, äh, zurückgekommen ist, ne? Ich muss sagen dafür, dass der jetzt auch da gerade von der Verletzung irgendwie kam und dann halt auch so lange da quasi mit, mitgespielt hat, ja. Ich meine, der ist ja, wie gesagt, in der 78. erst runter. Da hat schon für ganz viel einfach die, die Energie dann auch wieder gereicht. Das, äh, lässt einen dann auch so ein bisschen, ja, auch für den Liga-Betrieb hoffen, über den wir dann noch reden. Ähm, ja, so ein bisschen der Downer an dem Spiel war die frühe Verletzung von Kevin Prinz-Boateng, die man jetzt vielleicht auch nicht so direkt als große Verletzung irgendwie gesehen hat. Ich hatte jetzt auch noch nicht großartig was gelesen, was da jetzt im Nachhinein, was es jetzt ist. Aber er hatte ja dann schon arg Probleme da, dass wir da rausgekommen. Ja, aber wenn man, wenn man hört, dass es jetzt schon gesagt wird, dass es sogar sein könnte, dass er am Wochenende wieder spielen kann, war es vielleicht nicht so krass. Also, äh, ich weiß jetzt nicht genau, was die Diagnose war, aber wenn Kovac sagt, es wird vielleicht eng, aber es kann auch klappen, dann ist es ja nichts, wo du weißt, okay, der fällt definitiv jetzt den Rest der Saison raus. Er hat einen Schlag abbekommen, weißt du? Ja, der hat auch. Selbst wenn er dann mal am Samstag nicht spielt, dann ersetzt Mascarelli. Wir haben ja Mascarelli wenigstens wieder. Also, man sollte ihn vielleicht dann auch gar nicht zu früh reinwerfen, dann ist er in München wieder fit oder das Spiel danach. Und dann, wir haben ja jetzt noch ein paar wichtige Spiele. Ich habe da nicht so viel Bedenken. Also, es wäre krass, wenn er wegbrechen würde, aber dadurch, dass Mascarelli wieder da ist, haben wir diese Option, wir haben, wie der Marvin es gesagt hat, mit Radetzky auch fast einen Neuzugang. Und wenn er jetzt wieder sich beruhigt hat, ja, dann müssten wir halt, ja, ich, müssen wir nur noch gucken. Ich glaube, Vallette ist jetzt gesperrt, richtig? Genau, Vallette ist gesperrt. Das ist so die Baustelle, die wir hier auch, glaube ich, jede Sendung besprechen. Ja, haben wir noch was zu dem, zu dem Pokalspiel? Es gab ja noch diesen Aufregerende der ersten, der ersten Halbzeit, diesen Zweikampf zwischen Fehrmann und Degussmann war es ja dann, glaube ich. Wo es so ein bisschen Tumulte da am Strafraumrand gab, gab es auf Twitter zumindest dann sehr viel so diese Diskussion. War das Spiel jetzt unterbrochen? Hätte Fehrmann da mit dem Ball aus dem 16er rauslaufen müssen? Was mich da bei dem Thema viel mehr geärgert hat, wo es mich wundert, dass es da eben im Nachhinein jetzt nichts gab, war der, ich glaube, der Goretzka war es, der den, ich weiß nicht mehr, wen er von uns weggeschubst hat, aber der hat einen von uns da ganz ordentlich irgendwie so zwei Meter durch die Luft geschubst. Da hätte man auch mal ein Kerlchen für geben können. Kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gesehen. Also ehrlich gesagt, kann ich, also diese ganzen spielnahen Situationen, wenn du im Stadion bist, das hinkst du es schwer mit dir. Teilweise war aber halt auch nicht so diese ganze, weiß nicht, du merkst schon, dass da sind, gut, bei den Schalken sind da noch ein paar Assis dabei, das ist ja super, das ist ja auch richtig so, um eine gewisse Emotionalität auch herzustellen, eine Bindung. Der Fährmann, wenn du dir da anguckst, ist auch ein richtiger Schalker-Assi, ne, da gibt's nichts. Der pöbelt rum wie ein Rohrspatz und der Moser ist unzufrieden, beschwert sich über Schiedsrichterleistung und so weiter und so fort. Also es ist halt, es passt halt schon, aber andererseits ist es halt, wenn es für einen eigenen Verein ist, ist es vielleicht ganz gut bei uns, wenn ich mich damals an Fährmann erinnere, da habe ich immer ganz so positive Erinnerungen. Aber das ist eine Ordnung. Das ist auch kein Unschuldslamm. Nö, das sind, ach, da gab's generell keine, kein Unschuldslammer auf dem Platz. Also da brauchst du irgendwie keinen da irgendwie mit reinzunehmen. Nee, aber was ich, aber worüber wir auf jeden Fall nochmal sprechen sollten, das ist halt die Szene, ich weiß nicht, war das jetzt nur blöd von Fennandes oder war das mit Rot einfach viel zu hart? Ich glaube, du kannst da Rot geben, Gelb wäre aber auch in Ordnung gewesen. Also dieses Einschalten des Videoschiedsrichters an der Stelle mit dieser Aussage, klare Fehlentscheidung, weiß ich nicht, ob man da hätte jetzt irgendwie einschreiten müssen. Also er geht halt schon mit der offenen Sohle da rein, geht volles Risiko. Du kannst Rot geben, du kannst aber auch sagen, okay, der ist jetzt irgendwie seit 30 Sekunden auf dem Platz. Das war seine erste Aktion. Er kam halt einfach zu spät. Da gibst du halt einfach Gelb und sagst, okay, jetzt noch einmal irgendwie husten und dann war's das. Für mich wäre es jetzt nicht gerechtfertigt gewesen, für den Videoschiedsrichter sich da einzuschalten, was für mich keine klare Fehlentscheidung war, weil ich schon fand, der Schiedsrichter hat da eigentlich einen guten Blick. Aber ich hatte eingangs schon gesagt, für mich hatte der Schiedsrichter an dem Tag sowieso eine sehr, ja, komische Spielführung. Ich habe das auch nochmal gesehen, dass es, wenn er direkt auf dem Feld rot geht, kannst du sagen, okay, das ist der Dings. Aber wie es René sagt, ich finde nicht, dass man da eingreifen muss. Umso besser ist es, dass er am Ende nicht mehr eingreifen konnte, weil er Schiedsrichter schon gepfiffen hat. Da war ich echt froh, ey. Für dieses DiSanto-Hand-Ding. An die Szene kann ich mich gar nicht mehr richtig erinnern, weil mir da heiß und kalt geworden ist. Also diese zwei Minuten, da weiß ich gar nicht mehr, was ich genau gemacht habe. Das fehlt mir so. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich geguckt habe. Also ich erinnere mich nur, dass dieses Ding einschlägt und mir heiß und kalt geworden ist. Und die Sekunden danach, weiß ich gar nichts mehr. Ich habe es dann im Nachhinein gesehen, dass wir da auch, muss man auch mal festhalten. Da hat die Eiter ein bisschen Glück gehabt, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja. Also das war, das war ganz klar. Das musst du nicht abpfeifen. Das solltest du gar nicht abpfeifen. Das Ding ist, er hat da vor, weil er schon gedacht hat, es wäre Hand gewesen, hat er den Pfiff dann schon gemacht. Hat er die Pfeife in der Hand. Ich habe mir das 10.000 Mal jetzt mittlerweile angeguckt, diese strittige Szene. Da merkst du, er wollte halt ab oder beziehungsweise hat abgefiffen und dann geht das Ding halt erst ins Tor. Klar, dass es dann nicht mehr zählt, ja. Aber natürlich, es war keine Hand, es sah so aus. Also wenn du von hinten guckst, denkst du, er hätte es mit diesem Arm mitgenommen. Aber es war halt im Regelbereich, finde ich, in Ordnung. Ich hätte mich tierisch drüber aufgeregt, wäre ich Eintracht-Fan, wäre es auf Eintrachtseite gewesen. Gegen die Eintracht hätte ich mich tierisch drüber aufgeregt. So freue ich mich, ja. Aber im Endeffekt ist es halt auch so, mir kann auch keiner erst mal erklären, warum wir überhaupt sechs Minuten Nachspielzeit haben, wenn wir irgendwie in 1-0, wenn ein Tor gefallen ist. Natürlich gab es irgendwelche kurzen Unterbrechungen, natürlich gab es mal Krämpfe und so. Aber sechs Minuten finde ich auch so. Das war auch nur halt aufgrund von, was hattest du zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hattest du schon irgendwie sechs Wechsel? Dann gibt es ja irgendwie so die Faustformel, dass du pro Wechsel 30 Sekunden irgendwie machst. Dann bist du ja schon bei drei Minuten. Dann hast du noch die zwei Minuten Unterbrechung, die er da braucht, um sich die rote Karte von Fernandes dann nochmal am Bildschirm irgendwie anzuschauen. Dann hast du noch eine Minute irgendwie wegen, da liegt einer mit Krämpfen auf dem Boden. Also da kommst du relativ schnell schon auf die sechs Minuten. Ich hätte auch so über den groben Daumen am Anfang gesagt fünf und hatte mich schon darauf eingestellt, dass es nachher sechs plus irgendwie das, was er dann nochmal hat nachspielen lassen, war es ja, glaube ich, nachher passt acht. Also ich habe schwer geschwitzt. Also man muss ja auch sein, es ist sehr anstrengend. Ja, und dann ist es halt, und dann ist es halt aber auch so, ich habe dieses, ja, vermeintliche Tor dann gesehen und habe dann echt dann schon wieder gedacht, scheiße, ey, das ist die Eintracht, das ist immer das Gleiche. Weil jetzt hast du noch Nachspielzeit, dann wuschelt dann diese Fährmann rum, anstatt dass wir irgendwie die Möglichkeit haben, dem Fährmann nochmal einzuschenken oder so, ja. Nein, dann kriegt ihr Eintracht das Tor. Ich habe dann echt gedacht, scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe aber gleich gesehen, dass ein paar auf den Schiedsrichter gerannt sind und waren dann wieder froh. Ich habe dann nur gedacht, alter, die ist mal Glück gehabt. Ja, ja, dann kommt so diese Angst so nach dem Motto, jetzt bitte greif nicht ans Ohr, jetzt bitte fass dir nicht ans Ohr, jetzt lass den Kölner einfach mal die Fresse halten. Ja, aber weißt du, ganz ehrlich, aber ganz ehrlich, das eine darf man halt auch nicht ohne das andere denken. Für mich war das keine rote Karte. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann müssen wir das Pferd auch mal von hinten aufrollen. Ne, sagt man anders, ich glaube, man rollt keine Pferde auf, aber das ist was ich meine. Aufzürnen, ja, denn die Sache ist doch die, dann kommt der Fernandes rein für, ja, für Mascarell, der hat jetzt auch ein bisschen fertig war und so weiter und so fort. Und kriegt nach einer Minute die rote Karte. So, dann ist es doch eh schon scheiße für die Eintracht, dann hier irgendwie zu zehnt weiterspielen bei keiner ganz klaren roten Karte. Das heißt, man hätte es auch mal verwarnen können. Nach dieser unsteten Situation, der Schiedsrichter eigentlich das ganze Spiel hineinversetzt hat, ist es doch ganz klar, dass du auch nicht genau weißt, wie ich reingehen soll. Und außerdem war es keine Absicht. Du kannst Fernandes da viel unterstellen, aber es war wirklich keine Absicht. Das ist halt auch nicht so ein Typ. So, dann normalerweise gibst du gelb und dann wären wir auch zu 11 in die 96. Minute gegangen. Und dann, das wäre auch nicht die 96, sondern die 94. gewesen, weil du hättest nicht die zwei Minuten Nachspielzeit wegen dem VAR gehabt. So, also das heißt, da hätte ich es auch nochmal nach unten gestaltet. Und dann ist es halt so, dann hast du schon dieses Pech gehabt, dass du einen rausgestellt hast und dann haben wir jetzt on the other side halt wieder ein bisschen Glück gehabt, dass es nicht gezählt hat. Das ist alles eine Milchmädchenrechnung, aber man muss auch mal sagen, wir haben es uns auch verdient. Denn die Eintracht hat über 90 Minuten hier den Laden ziemlich gut dicht gehalten, hat 90 Minuten versucht. Das wäre ein typisches 0-0-Spiel gewesen. In der Liga wäre es ein gutes 0-0. Du hättest gedacht, weißt du was, wir haben einen Punkt aus Schalke mitgenommen. Super, nehme ich, putze ich mir den Mund ab, kauf mir noch ein überteuertes Würstchen und dann gehe ich heim. So, aber die Schalke haben für ein Heimspiel halt auch einfach viel zu wenig gemacht. Und dann müssen sie, und das haben sie, das sagen sie ja auch, das finde ich ja auch cool. Ich finde es total super, dass der Heidel und auch der Tedesco, dass das beide straighte Typen sind, die auch sagen, ja natürlich war kacke, bla bla bla. Und auch Schiedsrichter, naja, naja, aber wir müssen uns dann die eigene Nase fassen. Ja, fand ich gut. Das ist Größe. Das ist übrigens Größe, die nie, und jetzt tut es mir leid, die nie ein Uli Hoeneß hätte, die nie ein Kalle Rummenigel hätte, die würden nie sagen, nee, wisst ihr was, da waren wir zu blöd. Nee, 96. Minute, Schiedsrichter, Skandal, das geht nicht, da werden wir Beschwerde einlegen, bla bla, mi 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 mi. Aber dann hast du an der anderen Seite wenigstens die beiden, das ist ja ehemaliger Mainz, aber den finde ich gut, der macht einen geilen Job. Und dann muss ich sagen, ja, und beim nächsten Mal, wenn es dann anders ausgeht, dann sage ich, ja, dann habt ihr es verdient, dass ihr weiterkommt. Weil das muss ich sagen, das finde ich einfach eine coole Sache, da stehst du drüber, du bist, du bist wirklich ein integerer Mensch, beide. Und da muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut vor, jetzt haben sie uns weiterkommen lassen und sie freuen sich bestimmt auch, wenn wir die beiden im Finale schlagen. Genau, damit können wir, glaube ich, das Thema Pokal vorerst abschließen. Abschließend, es geht dann weiter am 9. Mai in Berlin gegen diesen anderen komischen Verein und das wird ein grandioses... Geil ist das bitte, Alter, schon wieder, wir erinnern uns noch, die Erinnerungen sind noch einigermaßen frisch, ich habe mir tausend Videos wieder angeschaut. Das muss ich aber auch nochmal sagen, das fand ich auch eine coole Aktion von der Eintracht, jetzt im Vorfeld zu dem Halbfinalspiel, diesen 35-minütigen Film, den sie vom Pokalfinale letztes Jahr gemacht haben, da halt jetzt zu veröffentlichen, um da jetzt auch die Stimmung nochmal anzuheizen. Alles ist geil, bei allem Respekt, wie gut war das, dass Peter Fischer genau zur richtigen Zeit dieses emotionale Video rausgehauen hat, beziehungsweise der Eintracht-Account, weil er hat genau mit allem gespielt, das war so taktisch klug gemacht. Er wusste auf der einen Seite, dass die Eintracht-Fans ein schwieriges Verhältnis zu Nico Kovac haben, er stellt sich automatisch auf die Seite der Eintracht-Fans und sagt, auch er hat ein ambivalentes Verhältnis, er findet die Situation suboptimal, wie sie gelaufen ist, aber es zählt nur eins, es zählt nur der gemeinsame, der Zusammenhalt zwischen Fans, Spielern, der kompletten Mannschaft, dem kompletten Verein für ein gemeinsames Ziel. Da hab ich Gänsehaut bekommen, da wusste ich, wenn wir genau das auf den Platz und auf die Ränge bekommen, was wir auch geschafft haben gestern, meine Güte, was haben wir für ein Terz gemacht, ich hab Schalke an mir geschrieben und gesagt, ganz ehrlich, hört euch die ganze Zeit, ihr seid krank, das ist super, genau so und genau so funktioniert es, es ist halt doch mehr als ein Spiel, wo einfach 22 Leute rumlaufen, es ist diese Emotionalität, die ein Peter Fischer auch mit solchen Video-Aussagen emotionalisierend, er wollte, das wollte er, genau das wollte er und es hat wieder mal geklappt und das ist das, was ich so geil finde und natürlich bin ich dann Hype, natürlich, jetzt geht wieder alles, natürlich sind es die Bayern, aber scheiß dort drauf, auch die können wir schlagen, niemand hat gedacht, dass wir gegen Schalke irgendwie wirklich weiterkommen, wir haben es aber trotzdem gehofft und wir haben gesagt, weißt du was, manchmal musst du die Realität ausschalten, manchmal musst du den klaren Kopf ausschalten und einfach hoffen und dann klappt es doch und alles geben und das haben wir gemacht und deswegen ist natürlich in Berlin gegen die Weißbiersäufe, natürlich alles drin, was ist denn da los? Ja, denke ich auch, zumal man, wenn die Champions-League-Finale kommen sollten, bestimmt vielleicht einen oder anderen Spieler drin haben, der sich dann nicht eine Woche vorher noch verletzen will, wer weiß das schon. Ja, das ist doch, ja, das ist genau der Punkt, guck mal, ich meine, natürlich ist er jetzt ein schwerer Gegner, man kann schon sagen, naja gut, die Bayern, das ist jetzt auch kein Selbstläufer, dass die jetzt in der Champions-League-Finale kommen, trotzdem, das kann passieren, aber wenn die dann überhaupt im Finale sind, dann gibt es natürlich, meine Güte, habt ihr gesehen, wie sie die deutsche Meisterschaft gefeiert haben? Ja, das war ein bisschen laues Lüftchen im Endeffekt, aber das hängt auch damit zusammen, dass viele Fans auch mit diesem Verein ja auch gar nicht mehr so d'accord sind, ich meine, wir gucken, wir sehen das ja viel, es gibt auch sehr viele sehr umsichtige Bayern-Fans, gerade auch bei Twitter, mit denen wir ja auch Kontakt haben, die ja auch mit vielem nicht so ganz cool sind und so weiter und so fort und dann merkst du halt, dann gibt es aber auch diese Emotionalität zu einem Titelgewinn der deutschen Meisterschaft, das ist dann auch nicht so krass, ja? Und ganz ehrlich, natürlich ist doch auch für viele Hardcore, Die-Hard-Uli-Uli-Fans, ist auch trotzdem die Champions-League das Nonplusultra und ob die jetzt im Pokal nochmal gewinnen oder nicht, das juckt ja auch nicht, das ist halt der 60ste, der gefühlt 60ste oder könnte 61ste sein, das interessiert die auch nicht, die wollen ja die Champions-League und den Spielern geht das, wenn die genau wissen, dass die eine Woche danach in der Champions-League aktiv werden können, durchaus ähnlich, das sind alles Dinge, die uns reinspielen und ganz ehrlich, ich bin mir hundertprozentig sicher, das ist nichts gegen die Bayern-Fans, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das Stadion in Berlin eher von Frankfurt-Seite aus abgehen wird. Sehr stark von auszugehen. Oh Mann, oh Mann, diese Saison ist tatsächlich mit die emotionalste Achterbahn zusammen mit dieser Relegationsnummer, das ist so viel in alle Richtungen, das macht mich echt fertig, aber irgendwie ist es auch geil. Aber Marvin hat gesagt, das ist trotzdem dann mehr als nur dieses Spiel, das war, was sich nach dem Spiel abgespielt hat, da will ich auch nochmal jeden einzelnen grüßen, der auf Marvin und mich zugekommen ist, die wir auch gar nicht, teilweise gar nicht kannten, die Leute, dann liegst du dir in den Armen, dann singen wir da noch Minuten lang nach dem Spiel im Gang noch und auf der Treppe und triffst alle, alle freuen sich und liegen sich in den Armen. Das war, für mich war das, also das hat mir, das flasht mich immer noch, ich bin immer noch geflasht und krieg Gänsehaut, wenn ich alleine darüber spreche, mir das Tor auch angeschaut. Wenn du dieses Tor anschaust und du hörst, wie laut dieser Auswärtsblock ist und als Jovic dann auf den Auswärtsblock zurennt, alter Leute, das ist so geil einfach. Ich bin immer noch, ich kann das auch noch gar nicht alles richtig so kategorisieren und hier richtig einordnen, weil ich immer noch so geflasht bin. Marvin und ich sind gestern eigentlich durchgedreht da, also es war auch geil, Grüße an alle, die mit uns da standen. Und es war so geil einfach, als dieses Tor fällt und du hast diesen Moment und das sind ja diese Momente, warum wir diesen ganzen Scheiß ertragen und sie ständig aufregen immer über alles. Und dann bist du enttäuscht und dann machst du Dinge so und denkst du wieder, Marvin und ich schreiben dann im Wochenwechsel abwechselnd von mir, ja jetzt sind wir emotional raus, das machen wir nicht mehr mit. Dann sind wir noch wieder da und gestern stehen wir schon wieder da. Das stimmt, das stimmt. Deswegen ist es doch so, dann rasten wir komplett aus. Und was ich auch geil finde, da will ich auch nochmal jeden Einzelnen grüßen, aber es waren sehr viele, die auch von anderen Vereinen, dass der Eintracht gegönnt haben, weil die das auch geil finden, wenn die sehen, dass da fast 10.000 sind und wie die das emotionalisiert. Das ist ja, die können das dann nachvollziehen. Das ist ähnlich wie wenn wir es geil finden, wenn die Kölner mit 12.000 irgendwo in London rumhängen oder mit 20.000. Und das finden wir auch geil, obwohl es mit uns nichts zu tun hat und andersrum ist es ja auch so und da, das ist, da weiß ich nicht, das rührt mich auch irgendwie, weil du das Gefühl hast, dass die Leute dann das verstehen und das nicht irgendwie, weil sie halt einen anderen Verein mögen, das lächerlich machen oder dir das neiden, sondern, ja das hat schon eine Bedeutung, glaube ich, für diese ganzen Leute, die da waren. Das hast du auch gemerkt, hinter uns war, glaube ich, ein Mädel, was geheult hat auch. Das ist einfach, das macht, ich will gar nicht weiterreden, sonst fange ich auch gleich an zu holen, aber es macht mich irgendwie fertig. Grüße. Ja, aber es ist genau so, wie du sagst, ich meine, das ist halt, diese Mischformen halt auch ehrlich gesagt aus Sport und auch Leidenschaft, die dich irgendwie am Herze packt. Das ist halt einfach so. Ich meine, wie du es gerade gesagt hast, das Mädel mit ihrem Freund, Brudi oder was weiß ich, sind ja, keine Ahnung, vielleicht zu zweit angereist. Und, ja, auch ein super stabiler Typ gewesen, netter Kerl, haben wir uns auch ein bisschen unterhalten. Und sie, ja, er hat so, er hat die ganze Zeit gepöbelt, auch geil, sie hat eigentlich die ganze Zeit immer gepöbelt, hat auch so Schimpfwörter und so weiter und so fort, um Schimpfwörter nicht verlegen gewesen. Ja, aber dann am Ende, irgendwie hast du gemerkt, so ab der 90. Minute begann das große Zittern und dann entlädt sich halt diese ganze Anspannung, entlädt sich halt alles. Dann hast du es doch wieder ins Finale geschafft, nachdem wir, ich erinnere an die Halbfinalauslosung, haben ja schon viele gedacht, ja gut, sicher ist los, für die Schalke und das waren auch nicht mal Schalke, die das gedacht haben, die waren auch viele, die das irgendwie wussten einzuschätzen, aber da hast du auch schon viel Überheblichkeit gehört, so. Ja, und dann denke ich mir, so einfach geht es halt nicht. Und warum geht es halt nicht so einfach? Weil an diesem Tag die Eintracht mehr als nur eine Mannschaft aus elf Leuten war, sondern weil es diese Einheit gab. Dieser Support auch gestern, der war ähnlich übrigens auch wie in Leverkusen, das müssen wir jetzt durchziehen. Wir müssen die letzten paar Spiele immer so eine geile Stimmung haben. Aber auch jeder, das war nicht nur der Stehblock, du hast das, manchmal hast du ja auch auswärts oder sogar Heimspiele, wo du das Gefühl hast, da singen vielleicht, ja, die Hälfte singt, die die immer singen und dann manche lassen sich ein bisschen anstecken. Gestern gab es, glaube ich, nicht einen einzigen, der nicht gesungen hat. Also, das hast du dann auch gemerkt und wie beeindruckend das war, als gesungen wurde, steht auch, wenn ihr Adler seid. Und du erst mal die Dimension gesehen hast, die das angenommen hat, dass das fast bis zur Hälfte von der anderen Tribüne noch ging. Also, ja, hat der Marvin jetzt gesagt, das ist eigentlich der Grund, warum uns das immer wieder so emotional anfasst. Ja, von sowas zerrt man ja auch noch tagelang und das wird jetzt einfach, sorgt dafür, dass wir jetzt diese drei Wochen, dreieinhalb Wochen unter Dauerstrom stehen werden und wieder diese Magie spüren, die wir auch letztes Jahr gespült haben, die dann bei uns im Podcast in diese Folge gemündet ist, wo wir einfach diese Motivationsreden gehalten haben, in Anführungszeichen, sag ich mal. Wo die Leute uns auch geschrieben haben, dass sie anfangen zu hören, wenn wir das sagen. Ich habe aber schon jetzt schon Angst vor der Folge, vor dem Finale, weil da werde ich wahrscheinlich auch wollen. Und dann, weil man sich ja jetzt auch noch bildlich an die Szenen vom letzten Jahr erinnert. Markus Bark, Grüße, hat mir heute Morgen nochmal dieses Video geschickt vor der Tribüne, wo Schwarz-Weiß-Wie-Schnee von Tankard gesungen wird. Leute, das gibt es wieder dann. Es wird geil werden. Und, was wir jetzt auch nicht vergessen dürfen, vielleicht um mit dem René eine kleine Überleitung hinzupassen, es geht ja nicht nur um den Pokal. Wisst ihr, was ich meine? Also letztes Mal als Pokalfinale, da war die Saison abgehakt fast. Jetzt sind wir noch mitten, wir sind mittendrin. Stellen Sie mal vor, diese Pokaleuphorie, die Pokaleuphorie addiert sich mit der Europapokaleuphorie. Ja, dann weiß ich ja gar nicht mehr, was ich machen soll. Da muss ich wahrscheinlich teilweise ins Krankenhaus an den Tropf kurz, um mich zu beruhigen. Es wird wirklich emotional überlaufen alles, weil das auch noch eine Spannung in sich trägt, weil wir nicht wissen, in welche Richtung es geht. Und ja, dazu gehört auch das Spiel, was jetzt stattfindet. Und das wird ein ganz, ganz wichtiges, meiner Meinung nach. Erstmal noch zwei Sätze, vielleicht zu dem Spiel gegen Leverkusen. Nö. Also was soll ich denn jetzt über das Spiel von ein paar Tagen? Naja, was wir halt da ja schon quasi mitnehmen müssen, ist ... Dass wir eine gute erste Halbzeit hatten, ja. Dass wir eine gute erste Halbzeit hatten, dass uns in der zweiten Halbzeit definitiv nichts eingefallen ist. Und dass Valet freundlicherweise sich die zehnte gelbe Karte, wie was ich vorhin schon gesagt hat, mitgenommen hat. Aber wir ja so schlau waren, ein Innenverteidiger. Oh, wait. Nö. Also das könnte jetzt dann nochmal spannend werden. Ich vermute mal, wir werden die gleiche Innenverteidigung sehen wie jetzt im Pokal. Weil viel mehr hast du nicht. Aber gut, du kannst Chandler noch in die Innenverteidigung packen. Tja, das ist halt jetzt ... Ja, es ist ... Muss halt wieder ein bisschen ... Schwierig. Ja, Chandler, also ich glaube, dass Chandler so oder so wieder reinrotieren will. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt halt wirklich dann anstatt Russ in der linken Innenverteidigerposition sein sollte. Oder ob er vielleicht irgendwie für Williams kommt. Keine Ahnung. Der jetzt aber auch gegen Schalke ein ordentliches Spiel gemacht hat. Jaja, klar, auf jeden Fall. Aber er war ein bisschen fertig. Er war ein bisschen fertig. Ja. Du hast gemerkt, er scheint konditionell so ein bisschen Probleme zu haben. Wobei man ja generell jetzt in den letzten Spielen auch sagen muss, dass einige aus der Mannschaft nachvollziehbarerweise aufgrund der vielen Einsätze und der vielen Laufleistungen und der vielen Energie, die wir in den ganzen Spielen immer drin haben, du merkst schon so ab der 60. Minute, da geht halt schon ganz ordentlich die Pumpe bei den Leuten. Also das könnte noch so ein spannender Faktor werden. Und wir spielen am Samstag 15.30 Uhr zu Hause. Das könnte so der große Faktor sein. Muss er sein, sorry. Muss er. Wenn die Eidra wirklich noch einigermaßen ambitioniert sein will, was sie auch ist, glaube ich. Und Kovac, glaube ich. Ich glaube, dass Kovac vielleicht sogar eine kleine Sondermotivation noch durch diesen Gegenwind, den er bekommen hat, vielleicht sogar hat. Im Sinne von, ja, ihr unterstellt mir, dass ich vielleicht mit den Herzen anders bin und ich beweise euch extrem jetzt nochmal das Gegenteil. Weil er vielleicht auch auf diesen emotionalen Abschied selber hinarbeiten will. Zu sagen, okay Leute, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, kann das vielleicht nicht so zugeben, will euch aber damit zeigen, dass ich alles nochmal rausgehauen habe. Und die Mannschaft auch will euch das Maximale hier rausholen, wenn wir dann vielleicht wirklich Fünfter werden, Sechster werden oder selbst Siebter. Zu sagen, dass man dann auch wirklich vielleicht sogar noch eine Versöhnung findet. Ich hatte das, als der Marvin das angesprochen hatte, wo der Etienne bei uns war, da konnte ich mir das noch gar nicht vorstellen. Mittlerweile ist das zumindest ein Stück weit näher, dass ich zumindest mir vorstellen kann, dass Kovac am Ende der Saison beim letzten Heimspiel dasteht und mit Applaus verabschiedet wird. Und nicht, dass es so ein stiller, kalter Abschied wird. Das weiß ich noch nicht, kommt natürlich auf die Ergebnisse jetzt an. Aber ein Heimspiel gegen Berlin sollte dadurch, dass es für Berlin auch nicht mehr so viel geht und die haben glaube ich auch zwei Spieler, die denen ausfallen, dass man sagen kann, okay Leute, das kann man zumindest einplanen, dass man es gewinnen sollte. Und so sollte die Eintracht auch in das Spiel gehen. Berlin war jetzt auch in den letzten Wochen jetzt nicht so mega souverän. Sie haben es geschafft gegen Köln und gegen den HSV in den letzten Spielen zu gewinnen. Und das muss man auch dazu sagen, das sind halt auch die Mannschaften, die halt auch die klaren Absteigskandidaten sind. Ansonsten war da jetzt auch nicht so, dass die spielerischen Highlights und so dieses Tor-Festival irgendwie drin. Ich will eigentlich, ja, ich will nochmal ganz kurz auf was zurückkommen, was der Basti gerade gesagt hat. Das finde ich eigentlich fast viel wichtiger. Und zwar ist es die Motivation von Niko Kovac. Denn gestern in dem finalen Gespräch nach dem Spiel hat er, also im Fernsehen, hat der Moderator gesagt, naja und jetzt trinken sie ja nochmal ein Bierchen mit Bobic. Ich habe ja gehört, das machen sie immer, wenn sie gewinnen. Und da hat er gesagt, nee, das machen wir nicht immer, wenn wir gewinnen, sondern das machen wir immer, denn wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Und dieser Nachsatz ist übrigens auch nochmal ein natürliches Kontrapunkt übrigens auch zu seinem zukünftigen Arbeitgeber. Genau nämlich damit wurde vom neuen Arbeitgeber im FC Bayern, ich glaube der Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge hatte doch gesagt, naja, der Uli hat doch gemeint, sie hatten gute Geld, aber jetzt nicht mehr so. Was soll dieser Satz auch, ganz ehrlich, was ist dieser Satz, zu sagen, okay, wir wollten für Eintracht nur das Beste, aber dann gleich in einem Nebensatz wieder zu provozieren. Genau. Und zu zeigen, ja, vielleicht das waren jetzt Freunde. So wie so ein Dreijähriger, der hat aber das zu dir gesagt, will ich dir nicht mehr zu dem gehen und den ansprechen, der hat das zu dir gesagt, ihr seid bestimmt keine Freunde mehr. Was ist das denn bitte, dieser Minusmensch, ey. Und da merkst du halt, dass Kovac, auch das sind diese kleinen Punkte, auf die man manchmal achten muss, das hat er natürlich gemerkt, das hat er natürlich aber auch sich gemerkt und er wollte damit dann wieder zurückrudern, wo er dann sagt, nein, wir sind hier wieder dabei, die Sachen zu kitten, ja. Und natürlich war Bobic total unzufrieden, als es rausgekommen ist, aber ich glaube, die beiden versuchen sich auch wieder anzunähern und Kovac versucht, den dementsprechend wieder ranzurücken mit solchen Aussagen und weiß ganz genau, dass seine zukünftige Arbeitgeber wahrscheinlich ein absolutes Irrenhaus ist. Wahrscheinlich wird er es gerade merken. Aber, um noch wieder an das Thema zurückzukommen, ich glaube, Kovac ist extrem bemüht, hier einen positiven Eindruck zu hinterlassen, der diese zwei, ein, zwei Wochen der Konfusion, der üblen Laune wegwischen zu lassen. Ich glaube, da ist er ganz bemüht und ich denke, wenn er gut genug coacht, ist das auch durchaus drin, einen weiteren Stein darauf zu setzen, dass wir die Treppe in die Euroleague erklimmen können. Und wir müssen dabei ja dann nicht nur auf das Spiel der Eintracht gucken, sondern auch so ein bisschen drauf gucken, was so rundherum passiert, wo sich ja auch glücklicherweise an diesem Spieltag alle Konkurrenten mehr oder weniger gegenseitig die Punkte wegnehmen. Leipzig spielt gegen Hoffenheim, Dortmund spielt gegen Leverkusen. Gut, Gladbach spielt gegen Wolfsburg, aber Gladbach war halt auch einfach sauschlecht in den letzten Spielen. Also, da kannst du halt jetzt auch nochmal so einen richtigen Punch setzen, indem du halt einfach gegen eine durchaus schwache Hertha zu Hause dir die drei Punkte sicherst und die anderen sich da gegenseitig so ein bisschen auf den Füßen stehen. Das ist ein immens wichtiger Spieltag. Ja, und wenn dann Dortmund gegen Leverkusen spielt und Hoffenheim gegen Leipzig, dann kann es sein, dass die Eintracht wieder plötzlich zwei, drei Punkte in der Champions League tragen. Richtig. Also, das ist leider so. Nicht leider, aber... Das Auf und Ab des Basti Red. Nicht nur das Basti Red von uns allen. Ja. Ja. Aber ich lache teilweise mehr über deine emotionale Achterbahn, als dass ich meine tatsächlich selbst wahrnehme. Aber ich denke... Kann ich dir helfen. Aber ich denke halt wirklich eher, dass die Euroleague, das ist... Das muss das drin sein. Ich meine, es geht doch alles. Ich meine, natürlich, ja, jetzt... Du müsstest Hoffenheim halt noch ausgeben. Du willst eigentlich... Unser Ziel muss sein, dass wir zumindest ganz klar Sechster werden. Ja. Und wir haben gegen Hoffenheim ein Unschied gespielt. Das war okay. Jetzt haben wir uns ein bisschen nach unten verschieben lassen. Aber trotzdem. Hertha, seien wir realistisch, die haben auf dem sechsten Tabellenplatz sieben Punkte Abstand. Das werden die nicht mehr einholen in den nächsten Spielen. Dafür sind die auch so unkonstant. Und ich glaube, es gibt auch so ein paar Spiele, die das vielleicht auch so ein bisschen wissen. Naja, das ist jetzt so ein besseres Auslaufen für die Saison. Weil nach unten geht es auch nicht mehr. Das wird sich irgendwie auf Platz 8 bis 10, 11 einpegeln bei der Hertha. So insofern, das ist... Da gehen die nicht mehr ans Letzte. Aber natürlich müssen wir ans Letzte gehen. Und gegen die Hertha, das sind die einfachsten... Hört ich blöd an, aber das sind die einfachsten drei Punkte, die du jetzt eigentlich noch in den verbleibenden Spielen holen kannst. Das kann sich noch ändern, wenn der HSV eh schon abgestiegen sind und die dann zu uns kommt. Aber bislang, solange das noch nicht der Fall ist, sind das gegen die Hertha die einfachsten drei Punkte. Und die musst du holen. Aber da muss natürlich auch alles sitzen. Und da muss aber auch die taktische Leistung von Kovac stimmen, der gezwungen ist, ein bisschen zu rotieren, damit die Spieler, die jetzt gegen Schalke gespielt haben, das nicht alle wieder gleich spielen. Weil der eine oder andere wird schon fertig sein. Da ist ein smarter Kopf einfach jetzt gefragt. Ja, finde ich auch. Aber das traue ich ihm trotzdem noch zu. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, ich meine, es ist jetzt auch nicht mehr viel. Es sind jetzt nur fünf Spiele. Also das ist auch, glaube ich, da können die Spieler, glaube ich, dann auch mal vielleicht über den einen oder anderen zwickenden Schmerz hinwegsehen, wenn du das Ende in Sicht hast. Also wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, der 25. Spieltag jetzt wäre und der Tank so leer, dann wird es brenzlig. Aber für so einen Endspurt kann auch, glaube ich, gerade im Hinblick auf diese Euphorie, die sich jetzt wieder nach diesem ganzen Downer mit dem Kovac-Wechsel, kann sich das auch wieder ins andere Extrem verkehren. Das merken wir ja. Also es kann, stell dir vor, wir gewinnen jetzt gegen die Hertha einigermaßen souverän. Um uns herum nehmen die Punkte ab. Du stehst wieder fett drin. Kannst diesen siebten Platz fast schon komplett sichern. Weil wenn, wie du es gesagt hast, wenn wir da neun Punkte vorspielen, ein bisschen besseres Torverhältnis, musst du auch erstmal in der Hölle zufrieren, dass wir das noch verzocken. Weil dann könnten wir theoretisch alle drei Spiele verlieren und die müssten irgendwo nur einmal unentschieden spielen. Und danach ist es trotzdem. Und dann sind die anderen letzten drei Spiele ja auch in dem Sinne nice-to-have-Spiele, weil du dann noch diese unsägliche drei, vier Runden Quali umgehen kannst. Genau, genau. Aber ja, aber trotzdem, das ist doch mal der erste geile Schritt. Das heißt, mit Samstag, wenn ich Samstag jetzt gewinne, dann sieht alles danach aus. Ja, nicht hundertprozentig. Wenn Gladbach auch gewinnt, dann hören wir uns nächste Woche genauso wieder. Aber wenn die halt jetzt nicht gewinnen, weil die haben ja auch noch ein Programm, also die müssen erstmal gegen Wolfsburg gewinnen. Wolfsburg, die ziemlich weit unten drin stehen, an der Schlinge der Relegation schon irgendwie festgehalten werden, von der Schlinge der Relegation schon festgehalten werden. Aber dann, wenn ich sehe, dass die Eintracht, stell dir mal vor, es läuft so, stell dir mal vor, Gladbach verliert. So, und dann gewinnt die Eintracht wieder, was du gesagt hast. Dann haben wir wirklich neun Punkte. Und dann ist doch der erste Schritt erreicht. Weil dann fest die siebte Position zu umklammern ist doch super. Dann müssen wir uns natürlich gefasst machen, dass wir Mitte Juli schon irgendwie, was weiß ich, gegen Nicosia spielen. Dass wir vielleicht nach Düdelange, nach Luxemburg fahren oder was weiß ich. Aber selbst das würden wir ja auch mitmachen. Aber das wäre der erste Schritt. Das wären wir trotzdem schon in Europa. Wie geil ist das denn? Wenn wir halt jetzt schon, wir können jetzt etappenweise Dinge klar machen. Und das ist ja super. Denn wenn wir Woche für Woche einfach diese Steps mitnehmen und dann irgendwann auch safe sind. Wenn wir dann am 19.05. safe sind, dass wir sagen, weißt du was? Wie kann alles passieren? Wir sind eh in der Europa League. Umso geiler, wir können noch befreiter aufspielen. Und das ist ja super geil. Dann brauchen die Leute nämlich auch nicht zu verkrampfen. Es gibt nichts zu verkrampfen dann. Das soll unser Ziel sein. Das heißt, die können sich maximals belohnen, indem sie die nächsten Wochen, wo die Schritte leichter sind, jetzt auch gut bestreiten. Ja. Das muss es sein. Schalke muss jetzt trotzdem abgeschüttet werden, weil dieses Spiel ist sehr, sehr wichtig. Weil es trotzdem gefühlt von den letzten vier das leichteste ist. Und man will nicht selber den Fehler machen, sich dort unter Druck zu setzen. Weil es kann ja auch andersrum laufen. Wenn der Eintracht verliert und Gleitbach gewinnt, dann sind es noch drei. Die Situation will ich eigentlich nicht kommen. Aber ich bin so motiviert, ich sehe das jetzt nicht. Ich weiß, es kann bei der Eintracht immer alles passieren. Aber ich bin mir so sicher, dass wir jetzt irgendwie wieder den Dreh rausbekommen haben. Denn wenn ich mir die Rückrunde der Eintracht in der letzten Saison anschaue, spielen wir insgesamt einfach trotzdem wesentlich konstanter, was man auch mal festhalten muss. Die Eintracht ist nicht die Rückrunden-Mannschaft der vergangenen Saison, wo wir uns wirklich rumgekämpft, gewuselt haben und eigentlich eher mehr als Not, als Elend da auf dem Platz waren. Nein, das ist jetzt nicht der Fall. Die Mannschaft ist da. Auch ein Fabian hat immer wieder das Moment, dass er genial sein kann, was er öfter zeigen muss. Aber auch ein Gacinovic und so weiter und so fort. Wir haben das Potenzial und wir sind immer noch spielerisch gefestigt, besser in der Defensive, auch wenn wir natürlich gegen Leverkusen schlecht aussahen. Aber du musst dir noch mal einen schlechten Tag zugestehen. Und jetzt geht es einfach weiter bergauf. Und jetzt haben wir das kleine Tal durchschritten. Und jetzt holen wir wieder die Punkte, die notwendig sind, um sich selbst zu belohnen. Denn Fakt ist, wir haben eine so gute Saison gespielt, wir müssen eigentlich in der Europa League. Das geht gar nicht anders. Was tippt der denn? Ich tippe 1-0 für die Eintracht. Basti tippt für die Eintracht. Ich bin auch so geflasht von gestern. Müssen wir festhalten. Marvin? Naja, ich würde sagen, 3-0, 2-0, 2-0, 2-0 für die Eintracht. Ja, auf jeden Fall. Gott, ich sage 3-0. Okay. Geil, wie so eine Tonleit. 1-0, 3-0, 3-0. Okay. Ich habe zu wenig Schlaf, man merkt das. Es gibt Schlimmeres. Es war schönes Nichtschlafen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dafür würde ich noch mal wenig schlafen. Aber das ist doch auch geil, ey. Basti und ich, wir haben schon heute ein bisschen geschrieben, wir müssen jetzt checken, dass jetzt alles mit Berlin klar geht. Machen wir uns ein bisschen Sorgen, wegen Karten jetzt schon wieder. Nervt gerade, ne, Basti? Ja, bei mich nervt es krass, weil mir ist was aufgefallen, auf meinem Mitgliedsausweis und auf meiner Dauerkarte stehen zwei verschiedene EF-Nummern. Nein! Was dazu führte, dass ich der Einzige von meinem Freundeskreis war, der keine E-Mail gekriegt hat. Was? Ja, ich habe heute ein E-Mail hingeschrieben, mir eine Bitte, das bitte aufzuklären. Ich weiß nicht, wer da was verbaselt hat. Mir ist das nie aufgefallen. Ich bin auf jeden Fall noch vor diesem Stichtag, ganz locker. Ich habe eine Mitgliedskarte und eine Dauerkarte. Wenn ich dort hingehe und die geben mir keine Karte, wird mir schon was einfallen. Ja. Dann werde ich zur Not Rufen Sie einen Rettungsanitäter. Dann werde ich zur Not auch unsere Hörer mit in die Pflicht nehmen, zu sagen, wenn es das wirklich passiert und ich kriege keine Karte, weil die da irgendwas verbaselt haben mit meinen zwei EF-Nummern. Ja. Herr Lossner, Herr Hüttl, bereiten Sie sich nochmal die Klage. Dann bitte ich unsere Hörer, bei diesem Shitstorm, den ich dann lostreten werde, mitzumachen, dass die einfach dann so reagiert, weil ich kotze im Strahl, wenn wegen so einer behinderten Nummer, die ich gar nicht, also dafür, das wusste ich nicht, ich habe nie darauf geachtet. Ja. Wenn ich deswegen keine Berlin-Karte kriege, weil ich zwei verschiedene EF-Nummern habe und obwohl ich die Kriterien erfülle, kann es sein, dass ich etwas verärgert dort auftreten werde. Das hast du jetzt freundlich ausgedrückt, ja. Also hier schon mal präventiv der Aufruf, falls einer eine Karte übrig hat, ich nehme die auf jeden Fall in der Angst, dass die Eintracht das wirklich, weil wir kennen die Eintracht alle. Also die Eintracht wäre ja nicht die Eintracht, es ist auch nicht alles immer gut, weil man weiß letztes Jahr, wie das so ein bisschen chaotisch manchmal gelaufen ist. Da musste ich auch einmal, zweimal dorthin gehen, weil da irgendwie jemand was vergessen hat mit irgendeiner, die sitzen ja da wirklich mit selbst ausgedruckten Listen und so. Ach, das ist mal die Nummer noch, hast du erzählt. Ja, ja. Also ich stelle mich schon mal darauf ein, ich stehe die nicht auf meiner Liste. Ja, aber dann zeige ich denen beide Karten, mir ist es aber anders. Vielleicht ist es ein anderer Bastian Roth. Nee, Leute, also da, das kündige ich jetzt schon an, ich werde auf jeden Fall Schritte einleiten, die die Eintracht mit der Karte verweigern und fordere unsere Community auf, dich dabei zu unterstützen, damit ich nichts Schlimmes tue. Ist es okay, wenn wir dir dann so eine Action-Cam vor die Brust hängen, dass wir das aufnehmen können? Ja, wir machen es. Könnte lustig werden. Dangerous Basti. Tö, 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 tö. Ups, ja, aber ich glaube, irgendwie wird das schon laufen. Es hat auch letztes Jahr mit viel Hängen und Würgen geklappt und das kriegen wir auch dieses Jahr hin und keine Ahnung, im Zweifel fahren wir auch ohne Karte hin und werden irgendwie schauen, dass das irgendwie funktioniert. Also da machen wir uns keine Ahnung. Also die Stimmung wird auf jeden Fall so oder so grandios sein und im Stadion auch viel mehr. Vielleicht verkleide ich mich als Helene Fischer oder ich bin der Bitburger Boy und schenke irgendwie Bier aus oder so. Was weiß ich, was gibt es da noch für Sponsoren oder so? Keine Ahnung. Oder verkleide mich als DFB-Pokal. Coca-Cola. Ja, Coca-Cola. Ja, das ist schwierig. Ich kann als Fanta gehen. Ja, ich bin so sprudelig. Das funktioniert schon. Aber keine Ahnung. Also ich denke, es wird auf jeden Fall irgendwie gehen. Ja, ich bin da auf jeden Fall ziemlich optimistisch und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich, ich war am 18. zur WXW nach Hamburg, ja, und am 18.05. und habe gedacht, okay, könntest du jetzt eigentlich schon, ja, Hin- und Rückfahrt eigentlich schon buchen oder du wartest, denn wir könnten ja im Finale spielen. Was bin ich froh, dass ich das wirklich erst mal auch nicht gemacht habe, weil jetzt geht die Rückfahrt nicht direkt nach Frankfurt, sondern von Hamburg nach Berlin und dann wird kräftig gefeiert. Ja, das wird jetzt, werden jetzt harte fünf Wochen bis dahin. Ja, ne, es wird doch geil. Wir gewinnen jetzt gegen Hertha. Tut mir leid, ich bin so widerlich optimistisch gerade. Ne, ist ja vollkommen wichtig. Wir gewinnen gegen die Hertha, da bin ich mir absolut sicher. Ich bin mir sicher, dass wir den HSV auch an die Wand klatschen werden. bei dem Bayern-Spiel bin ich mir noch so ein bisschen, so ein bisschen unsicher. Ich habe so die leichte Hoffnung, dass da auch noch ein Pünktchen drin ist. Ja, das hält am letzten Spieltag schon wieder auf Schalke. Das wird natürlich, äh... Ja, ich glaube, ich glaube, das ist echt das einzige Spiel, was irgendwie teilweise verschenkt wird oder so, weil es jeder darauf irgendwie, es wird so ein langweiliges 0-0, weil keiner Bock hat, dass es nochmal die Szenen nach dem Spiel gab, die es jetzt gestern gab oder so. Ganz ehrlich, wenn es da auch nicht mehr jetzt wirklich um... Also, wenn es da jetzt nicht mehr darum geht, irgendwie den einen Punkt, der uns vielleicht in die Champions League bringt, irgendwie zu retten, dann gehst du halt bei dem Spiel, wenn du eine Woche später das Pokalfinale spielst, auch nicht mehr volles Risiko. Ja, also, das ist auch, wie gesagt, aber die Wochen zuvor. Also, ich meine, das ist halt geil. Jetzt kommen richtig viele Knallerspiele. Wir haben natürlich jetzt, wie gesagt, die Chance. Also, wir haben ja jetzt gerade geklärt, die Eintracht gewinnt gegen die Hertha. So, eine sind wir schon mal eins weiter. Super. Geil, also, Tabellenplatz 7 haben wir schon festgemacht. So, eine Woche später dann gegen die Bayern. Das wird natürlich schwierig, ne? Was willst du denn machen? Du musst erst mal sehen, du willst jetzt nicht in die Karten schauen lassen. Vielleicht trittst du einfach mit der zweiten Truppe an, aber andererseits könntest du dir gegen die Bayern auch was holen, weil das Ding ist, die sind gerade mitten in der Champions League gefangen, die haben mit sich vielleicht zu kämpfen. Also, schwierig, schwierig, ne? Aber da könnte theoretisch, wie du gesagt hast, auch einen Punkt rausspringen. So, dann, das wichtigste Spiel eigentlich noch am fünften, fünften, dass die Eintracht darf sich nichts vorwerfen lassen. Sollte es bis dahin noch eine theoretische Chance geben, dass der HSV Klasse hält, dann sollten wir wirklich alles dafür tun. Ich will nicht, dass die Eintracht Teil dieser Schlangenauferstehung ist. Also, es muss zweistellig werden. Ja, es muss wirklich einfach mal klappen. Und dann hast du die nächsten drei Punkte. Das ist doch geil. Also, wir haben jetzt mal sechs, sagen wir mal, sechs bis sieben Punkte jetzt aus den nächsten vier Spielen. Das ist doch super. Dann bist du sicher in Europa. Und dann scharren wir alle mit den Hufen und malen uns den Uli an den Bus, ja? Und wissen ganz genau, warum wir nach München fahren. Nicht nach München, sondern nach Berlin. Ich sehe schon Bilder von einem EFC-Bus, der eine Uli-Höneß-Strohpuppe von Frankfurt bis nach Berlin hinter dem Bus herschleift. Wie geil wäre das, wie geil wäre das, wenn wir das, also dieses Pokalfinal kriegt dann ja fast so eine doppelte Bedeutung mit so 20 Prozent On-Top-Hass. Also, diese Genugtuung, die wäre echt groß. Ja, nicht nur das, sondern, also, auf vielerlei Ebenen, wenn du auch überlegst, dass du dann, das war auch gerade im Chat schon so das Thema, dass der Stein sein kannst, der den Bayern halt eben ihren einzigen Maßstab des Trippels irgendwie auch platt machen kann. Ja, ja. Also, da halt auch nochmal richtig in die Suppe spucken. Ja, und aber auch eine Motivation für Kovac. Kovac will sich doch seinen Job bei den Bayern leichter machen, in dem eine nicht ganz so dramatische Nachfolge angehen muss. Guck mal, wie gut es denn wäre. Stell dir mal vor, die Bayern haben nun die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Das ist eigentlich wie eine Saison, die komplett in die Tonne gewonnen hat. Das ist quasi wie Absicht für die. Ja, genau. Musst du dir mal reinziehen eigentlich, was für Dimensionen das annimmt, gell? Ja, ja, aber es ist so. Die Bayern sind nur Meister gewonnen. Ja, genau. Was sie noch nicht mal vernünftig gefeiert haben, also wie Marvin vorhin gesagt hat, mit so einer lauen Lüftchen-Meisterfeier da, ja. Ja, aber die kann man ja vielleicht auch sogar verstehen. Ja. Das interessiert, es ist jetzt das sechste Mal in Folge gewesen, also das interessiert die nicht. Ja, natürlich, aber hängt auch damit zusammen, dass die Bundesliga halt auch, na gut, ihr kennt das Pferd, hört 93, dann wisst ihr, was das Problem ist. Ja, aber im Endeffekt ist das halt nur das eine Bedingung, das andere ist nicht mega geil und deswegen sind die halt nicht so geil drauf, wenn die halt nur die Deutsche Meisterschaft gewinnen. Ja, aber das ist natürlich auch, und es ist ja umso besser, dann wenn Kovac sagt, weißt du was, oder wenn Kovac die Nachfolge antritt und die sind nur deutscher Meister geworden, dann hat es wesentlich leichter, einen guten Start zu haben, weil mit einer vielleicht leicht verbesserten Truppe gewinnt, dann hat er doch wieder zwei von drei Pokalen und dann läuft es für ihn ja auch besser. Also es ist ja auch eine gute Eigenmotivation und ich bin ganz sicher, dass Kovac sich hier selbst ein Denkmal bauen will, indem er die Eintracht nochmal zu einem so großen Erfolg coacht, dann der Eskalation, überleg dir dann mal die Jahre, die er hier war, vom Fastabstieg, gerettet vom Fastabstieg, hin zu Pokalfinal und solide Nummer in der Bundesliga, hin zu Europa League und Pokalsieg, meine Güte, überleg dir das mal, was eine grandiose Leistung mit einem Verein, der normalerweise in den ewigen Jagdgründen der Mittelmäßigkeit gefangen wäre, wenn wir uns, wenn wir uns, Harry bei Bruchhagen und seine unzähligen Einlassungen nochmal zu Gemüte führen, dann alles durchbrochen, meine Güte, wie geil wäre das dann? Ja. Oh Mann. Oje, Berlin wirft seine Schatten voraus. Ich habe noch eine lustige, kuriose, bunte Geschichte zu dem Pokalfinal. Der Marvin, der Marvin waren gestern ja auch mit dem Auto, unser Fahrer gestern, Herr Lossner, grüße, war auch voller Euphorie natürlich, wir waren alle zusammen dort. Auf jeden Fall ist ihm dann heute eingefallen, dass er an dem Tag von dem Pokalfinal seine Tochter Geburtstag hat und da eine Feier stattfinden sollte und da hat er natürlich gedacht, oje, wie mache ich das? Wie erkläre ich das der Tochter? Man muss sagen, die Tochter war echt verständnisvoll. Mussten mal gucken, jetzt ist Folgendes passiert, die wollten eine Kutschfahrt für den Geburtstag mieten und das Gute ist, kommt die Antwort von dieser Ranch, das Pokalfinal ist ja im 19.5. und da gibt es keine Kutschfahrt, da ich in Berlin bin. Der 27.5. wäre noch frei, viele Grüße. Großartig. Es hat er natürlich die, die perfekte Ausrede. Jetzt kann man das natürlich auf diese Ranch schieben, sagen, hier, der Vater hat es gemacht, hier habe ich nichts gemacht, Das ist natürlich geil. Ich wollte es aber nur zeigen, wie geil diese Stadt auch ist, zu sagen, okay, du kannst nicht mal mehr irgendwas für den Geburtstag mieten, wenn da die Eintracht-Pokalfinale ist. Und so ist es eigentlich Win-Win für alle. Grüße. Annener Lossner. Geiler Typ. Grüße gehen raus. Großartig. Geil. Ach ja. Wie sagt Max immer so schön, solche Geschichten treibt nur der Fußball. Sendungstitel, keine Kutschfahrt. Keine Kutschfahrt, ja. Keine Kutschfahrt stand jetzt. Stimmt. So, dann kommen wir zu dem vorhin schon angedeutet einen weiteren Programm-Highlight. Wir müssen über Dummschwätzer reden. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. so und als allererstes müssen wir natürlich auflösen, wer denn in der letzten Woche gewonnen hat. Ich würde sagen, wir machen es diesmal ein bisschen kürzer. Ich lese jetzt nicht alle Kandidaten vor. Gewonnen hat knapp vor der euphoriegeladenen Meisterfeier des FC Bayern und vor den ganzen RB-Offiziellen mit drei Punkten Vorsprung Christian Ortlepp für seine Form von Sportjournalismus auf höchstem Niveau. Otti, Grüße. Nachwuchspreis. Genau, der Journalisten Nachwuchspreis. Ein leuchtender Stern am Sportjournalistenhimmel. Ich finde es total geil, dass wir das bewerten, wenn wir unseren Larry-Podcast hier machen. Super. Ja, also komm. Super. Wenn ich so mitkriege, wie wir da für unsere Sonderfolge, die wir letzten Freitag aufgenommen haben, gelobt worden sind, dann kann man das, glaube ich, schon eine solide Qualität nennen im Vergleich zu manchen anderen. Der Eintracht ist quasi der Christian Ortlepp, der Podcast-Zene. Herr Rohr, Sie sind raus. Das Solheim-Cup. Das Solheim-Cup. Ich nominiere als ersten Klubzwitzer Bastirett. Wir sind quasi das Solheim-Cup unter dem Podcast. Oh, äh. I'm getting serious. I'm getting serious. Vielleicht solltest du doch über deinen Bücher-Podcast nachdenken. So, dann machen wir mal weiter. Wir haben einiges an Nominierungen bekommen und gleich der erste zieht einem förmlich die Schuhe aus und zwar eine höhere Nominierung geschickt von Joey und von Marcel. Jupp Heynckes für seinen Kovac-Trump-Vergleich. Leute, das ist so absurd. Wir müssen uns nochmal vor Augen führen. Er sagte, wenn die USA einen Donald Trump als Präsidenten haben, dann erübrigt sich auch solch eine Diskussion. Schlimmer kann es nicht kommen. Jetzt hätte ich eine Frage. Was willst du uns denn damit sagen, du Idiot? Was soll das denn heißen überhaupt? Was soll mir das denn heißen? Was soll das denn heißen? Was will der denn? Was ist das denn für eine Aussage? Das ist das Brotschlag-Argument für alles. Soll er seinem scheiß Hund erzählen? Ja, vielleicht hat es auch der Hund gesagt und sie haben es noch falsch zu tun. Wahrscheinlich, ja. Ja, wie der René das schon sagt, du kannst ja damit gar keine sachliche Diskussion mehr aufbauen, weil es ist halt das alles beende, die alles beende Aussage. Ich glaube aber wirklich, ich finde es auch irgendwie der Schwachsinnig so, weil so hat er sich aus einer Aussage herumgewunden, aber ich glaube, das war schon versteckte Kritik von Heinkes, dass er vieles von dem Gebaren anscheinend auch nicht so teilt. Also so hat es sich zumindest rausgehört, aber das kann auch viel Spekulatius von meiner Seite sein. Aber ich würde es ihm mal positiv unterstellen wollen. Ich unterstelle Heinkes äußerst selten positive Dinge. Ja, das macht mich jetzt auch leicht sprachlos gerade. Vielleicht muss ich auch nochmal das Pferd von hinten irgendwie aufzäumen, aufrollen. Wir machen weiter, der Marcel war fleißig und hat so einige nominiert aus dieser Reihe und es bleibt bei Kuriositäten und zwar nächste Hörernominierung von Marcel, Uli Hoeneß für seinen Staatsanwaltschaftsausraster bei Sky. Ich glaube, den müssen wir jetzt nicht mehr großartig zitieren, der ist an vielen Stellen zitiert worden. Und er legt noch einen drauf, wieder von Marcel und zwar Karl-Heinz Rummenigge für seine Aussage, dass man ja nur helfen wollte und dass der FC Bayern natürlich niemals irgendetwas an die Presse geben würde. Ich muss mich schon wieder zurückhalten hier. Ich auch. Da kann man auch gleich die Aussage draufsetzen. Den kannst du ja als Zwei-Ber-Nominien mit von wegen, dass ich Wubic-Staun gekuhlt habe. Der kommt auch noch, dann ziehen wir den vor. Der wurde uns eingeschickt von Stefan, Liesl-Suspect, Eintracht21-02, dem Bambi-Guy und dem Hörer HNT irgendwas. Karl-Heinz Rummenigge für die wunderbare Aussage, dass er gemeinsam doch mit Uli Hoeneß Freddy Bobic zur Ressort gebracht hat und dass sie ihn runtergecoolt haben. Die leben echt in einem Kosmos. Also allein die Populierung runtergecoolt, da kriegst du halt schon echt irgendwie. Die leben echt in einem anderen Kosmos. Die glauben auch noch den ganzen Rotz, den die den ganzen Ich glaube das wirklich. Ich glaube das wirklich. Ich glaube die denken das echt. Das gibt es ja gar nicht. Das gibt es ja gar nicht. Dann besprechen die sich da so in ihren vier Zimmern und sagen, den haben wir schön downgecoolt hier. Ja, das haben wir gemacht. Das ist absurd. Wenn wir es ja downgecoolt gesagt hätten, aber runtergecoolt ist ja nochmal. Ja, es ist alles so absurd. Es fängt mit diesem kroatischen Kussfahrer an. Es geht weiter. ich habe es. Da sind 60 Leute, da haben wir natürlich nicht drüber gefunden. Nö, nö, es geht nicht so. Bald sechs Leute im Raum sind, sagt keiner mehr was. Und dieses Gedicht, was sich alle drei ausgedacht haben und alle gleichzeitig in irgendeinem Mikrofon geprabbelt haben. Das ist schlimmer, als irgendwelche Drittklässler, die irgendwie in Deutsch irgendeinen Satz aufsagen müssen. Es ist so bitter. Hei, hei, hei. Was soll ich denn so sagen? Es ist dramatisch. Unser Hörer Marcel hat noch einen nachgelegt und hat noch eine Hörernominierung. Wir behalten nochmal die Aussage von davor im Kopf, dass es ja keinerlei große Kontakte zwischen Presse und so weiter gab. Und zwar nominiert er Raimund Hinko, seines Zeichens Journalist bei der Sportbild, spezialisiert für den FC Bayern, der so wunderbare Formulierungen hat wie Es tut schon körperlich weh. Das ist der Saufbruder von Helmut Marquardt. Der sieht genauso aus und ist wahrscheinlich genauso versoffen. Was hat er so schön geschrieben? Wie im Saustall wird es bei dir nicht riechen, du siehst immer so schnieke aus, wie gerade aus dem Ei geschlüpft. Wie hat er das gesagt? Das hat er, das ist in einer Beschreibung über den FC Bayern ein Stallgeruch. Nochmal, kannst du es nochmal vorlesen? Wie im Saustall wird es bei dir nicht riechen, du siehst immer so schnieke aus, wie gerade aus dem Ei geschlüpft. Ich glaube, da sind auch mehr einfach... Den dürfen wir glaube ich gar nicht nominieren, weil der ja schon glaube ich krankheitsbedingt rausfällt. Wir haben keine Zutrittsbeschränkungen für den Beschlüpft. Stimmt ja was nicht mit dem. Naja, gut. Es gibt ganz, ganz merkwürdige Protagonisten in diesem ganzen Sportbild, Bild, Universum. Mir haben ja noch gefehlt, mir hätte noch Post von Wagner gefehlt. Also das, lieber, lieber ein Trafranquist-Fans oder so. Ja, den haben wir nicht. Wir haben noch einen anderen aus Bildfruint eingeschickt von Kruppi93. Alfred Draxler ist nominiert, weil er sich gestern Abend nach 14 Minuten gewünscht hat, dass man doch bitte endlich und sofort zum Elfmeterschießen übergeht. Und ich habe sogar noch jemanden und zwar ein großer Freund von uns allen. Also wir sind wirkliche Bewunderer. Das muss man ernsthaft zugeben. Den hat Daniel auch nominiert. Große Bewunderer da war. Als der Marvin große Bewunderer gesagt hat, wusste ich sofort. Nagelsmann wurde auch von Daniel nominiert. Ich weiß nicht, ob es für die gleiche Aussage ist. Ich würde es aber jetzt mal tippen und zwar für die Aussage, die er heute im Nachgang zum Pokalspiel gegenüber der Bild geäußert hat. Der Fußball ist kein rechtsfreier Raum. Kinder und Familien sollen sich wohlfühlen und nicht gucken müssen, ob irgendwo eine Faust geflogen kommt. Was ist denn los? Alter! Wie würde er sich denn antauern vor irgendein Mikro stellen? Das ist doch nicht zu fassen. Ja, warum hält man eben auch dauernd ein Mikro hin? Wann wurde denn das letzte Kind in einem Stadion verbrüntelt, ehrlich gesagt? Ich weiß es nicht. Also mir geht es auch auf den Sack. Was hat der denn mit dem Pokal-Penale zu tun? Alter, was ist los mit dir? Du warst nie dabei. Also ich meine, die Aussage von mir aus. Aber der muss sich auf seinen Job konzentrieren. Das Hoffmann irgendwie irgendwas reißt. Von mir aus nicht. Aber äußert der sich denn immer zu solchen anderen Angelegenheiten? Das nervt mich. Das ist wie so Mutter Teresa muss zu jedem Scheiß was sagen oder so. Das geht mir mega auf den Sack. Andauernd. Das ist der zweite Uli Hoeneß. Der wird für jeden Mist befragt. Irgendwann gibt es Bundestagswahlen und da wird der Nagelsmann befragt, was er denn wählen würde. Ja, aber so funktioniert das. Oder er stellt sich einfach selbst irgendwo hin und erzählt irgendwas. Der wird noch der Marktschreier von Hoffenheim. Das ist ja auch so ein kleiner Ort. Da musst du nur ein bisschen lauter kreischen, kommen so drei Raben an und du bist wahrscheinlich eine mystische Figur aus irgendeinem Roman. Also keine Ahnung. Es geht mega auf den Sack der Typ. Nicht andauernd. Der hat sich doch auch zu Kovac-Wechsel geäußert. Ja. Weißt du, der hat dann komplett er kann Niko Kovac verstehen, er hat überhaupt gar nicht verstanden. Er hat sogar was zu Kovac-Causa gesagt, obwohl er gar nicht wusste, worum es geht. Weil er ein komplett Argument gebracht hat, dass es komplett in die falsche Richtung ging, wo ging es gar nicht drum. Der hat so getan, als wenn in Frankfurt niemand verstehen würde, dass Kovac zu Bayern geht. Und wollte uns dann noch erzählen, wie seine Vertragsverhandlungen laufen. Um einen Vertrag wurde auch an einem Tag gemacht. Ja, wen interessiert mich nicht. Was ist denn da? Der sieht auch schon so aus. Er hat sich früher bestimmt in der Schule immer gemeldet und seine Fragen selber beantwortet. Herr Lehrer, Herr Lehrer, aber wenn das und das ist, ist doch dann so und so, oder? Ja. Herr Lehrer, Lehrer, das ist dann so und so. Ja. Und der hat dann immer gehofft, dass er eine gute Note mündlich bekommt, weil er ihr das gesagt hat. Das war wahrscheinlich auch einer von den Schülern, der montags morgens in der ersten Stunde den Lehrer gleich gefragt hat, ob sie nicht heute Diktat schreiben können und danach erstmal von sämtlichen Mitschülern aufs Maul bekommen hat. Oder der sich aufgeregt hat, wenn Stunden ausgefallen sind. Ja. Haben wir denn auch Verredung, Lehrer? Halt's Maul! Ja, das ist ein Haus. Hitzefrei gibt's aber gar nicht mehr. Ja. Naja. Grüße nach Hoffenheim. Grüße nach Hoffenheim. Also wir haben, wir haben sie diese Woche alle dabei. Also wer gefehlt hat, um den Reigen komplett zu machen, wäre jetzt eigentlich noch Rangnick. Aber der ist gerade recht ruhig. Da bin ich froh, dass der sich nicht auch noch geäußert hat. Dann würde ich das auch einfach irgendwie alles in die Tonne treten. Das ist auch irgendwann mal gut. Also ich meine... Ich würde gerne jeden von denen irgendwie in die Tonne treten, ja. Das ist ein kurioses Konzept mittlerweile, diese Bundesliga. Muss man schon sagen. Also was da für Figuren herumwurzeln. Naja. Ja. Habt ihr noch weitere Nominierte oder waren alle eure Kandidaten schon dabei? Naja, ich wollte jetzt auch Nagelsmann nominieren. Insofern ist bei mir alles dabei. Hervorragend. Dann haben wir wieder eine wunderbare Abstimmung in den Sendungsnotizen zur aktuellen Folge. Ich versuche nicht Shownotes zu sagen, damit Frau Alex wieder weiß, wo sie ist, wenn sie da mal wieder zuhört. Abstimmen und dann schauen wir in der nächsten Woche mal, wer denn das Rennen mit dem aufgerollten Pferd gemacht hat. Speaking von nächste Woche, da kommen wir jetzt quasi zu unseren Empfehlungen und wir müssen schon mal sagen, wir werden nicht Dienstagabend aufnehmen. Wenn wir schon auch gerade die Beschwerden im Chat lesen, dass ja bloß keine Stunden bei uns ausfallen sollen hier. Das liegt einfach daran, wir sind nächste Woche Dienstag bei Eintracht Fans TV, das ist die Sendung, die Donnerstags immer am letzten Donnerstag im Monat auf Rhein-Main-TV ausgestrahlt wird und wir dürfen da was zu unserem kleinen Podcast erzählen und werden da ein bisschen über die Eintracht reden und weil da die Aufnahme eben am Dienstag ist und die Ausstrahlung dann am darauf folgenden Donnerstag werden wir Dienstag hier keine Sendung produzieren, wir werden aber gucken, dass wir das da irgendwie drumrum gebastelt bekommen, aber Hausaufgabe für euch ist da draußen auf jeden Fall schon mal am Donnerstag auf Rhein-Main-TV entweder ich glaube 19 Uhr wird das im Fernsehen ausgestrahlt, aber im Zweifelsfall gibt es es dann auf jeden Fall auch in der Mediathek, also ab Donnerstag da in die Mediathek klicken und anschauen und Feedback geben, wir werden den Link aber auch nochmal über die Social Media herausgeben. Das war meine erste Empfehlung oder unsere erste Empfehlung und ich würde noch gerne die Rasenfunk-Folge zum 30. Spieltag empfehlen, da war ein gewisser Basti Red zu Gast, dass du nach dem Spiel und nach der Freitagsgeschichte da so sachlich über den kompletten Bundesligaspieltag reden konntest, Hut ab, fand ich wieder eine sehr unterhaltsame Folge und vielleicht hilft die auch nochmal so ein bisschen als Einstimmung auf den kommenden Spieltag. Habt ihr noch Empfehlungen, die Herren? Ich hab jetzt aktuell nichts, ich richte nur noch Grüße nach draußen, Marvin und ich haben gestern Jochen Grabe von Spox getroffen, geiler Typ. Einfach mal ein paar Grüße und Grüße an alle, die uns in Berlin über den Weg laufen werden. Genau. Und weil es im Chat gerade eben geschrieben wird, Grüße an Ryan Gosling. Keine Grüße an Ryan Gosling, soll meine Freundin nur gelassen. Ja gut, Marvin, hast du noch was, was du empfehlen möchtest? Nee, ich bin wunschlos glücklich, ich brauche nichts zu empfehlen. Wir brauchen vielleicht die nächsten paar Wochen noch irgendwie gute Herzmedikamente oder so, damit wir alle einigermaßen stabil gehalten werden und die nächsten spannenden Wochen gut verleben können, glaube ich. Genau, dann sei hiermit verwiesen auf unsere Support-Seite, damit wir uns reichhaltig mit Medikamenten oder alkoholischen Getränken oder sonst irgendwas versorgen können, um die nächsten Wochen irgendwie halbwegs schadensfrei zu überstehen. Das klingt wirklich wie so ein scheiß Drogen-Podcast. Medikamente, Alkohol. Medikamente, Alkohol, Koks in der Reihenfolge. Sofort erstmal Johannes den Klauen anrufen. Hey du. Ja das war auch sehr kurios, ich empfehle auch die letzte 93-Folge. Ah stimmt, jetzt ist er hier mit dem. David, David, David war ja tatsächlich in Mainz mit seinen Freiburgern und hat ein Foto mit Johannes der Klauen gemacht, Ende vom Lied, er war am nächsten Tag schwer krank. Aber er hat doch gesagt, er hat keine Nützigkeiten von Johannes genommen. Ja aber irgendwas wird er schon von ihm genommen haben, also irgendwas ist da passiert. Ja vielleicht war das aber auch der Typ im Block, der sich da entleerte. Du musst echt aufpassen, im Endeffekt war das so ein Attentat, das war ein gezieltes Attentat gegen 93, ja, von Johannes den Klauen, also der ist bestimmt bei Putin in der Schule, sag ich dir. Da wird es Gesundheitszustand beobachten, genau. Ja, vielleicht ist er schon radioaktiv oder so, muss man gucken. Naja. Nun gut, ich finde es so schön, dass wir immer diese kleinen Schlenker zur Weltpolitik machen. Wir haben noch nicht über die Lizenzvergabe für den HSV gesprochen. Ohne Auflagen habe ich gehört. Ja, für beide Ligen, aber ich glaube das ist jetzt auch, zumindest was ich so im Vorbeigehen gelesen habe, gibt es jetzt generell erstmal momentan für jeden eine Lizenz und da wird im Zweifelsfall danach nochmal geguckt, ob es irgendwas gibt. Okay. Ja gut. Ja, aber ist schon irgendwie spannend. Nun gut, die Herren müssen ins Bett und ich muss hier die Folge zu Ende produzieren, von daher biegen wir ein auf die Zielgerade. Wir wünschen in den verbleibenden, ja, nicht mal ganz zwei Tagen bis zum nächsten Spiel euch noch eine schöne Restwoche. Ich habe übrigens noch einen Dark Horse für das Pokalfinale. Jeder denkt ja, dass der Meier nicht zurückkommt, aber ich sage euch, das wäre es. Am 19.05. Der Spin wird hier schon produziert. Wenn ich schon lese, Meier-Comeback immer unwahrscheinlicher. Ihr wisst ganz genau, wer auf der Bank sitzt am 19.05. und dann irgendwann eingewechselt wird und dann knallt es. Letztes Spiel, letztes Spiel der Karriere. Ihr habt es heute am 19.04. im Eintracht-Podcast gehört. In einem Monat hören wir uns wieder. Ja. 90. Minute Einwechslung, 91. Minute das entscheidende Tor, 92. Minute Abpfiff und danach hängt er die Fußballschuhe an den Nagel. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Das wäre geil. Hoffentlich behält der Marvin recht. Wir haben heute gar nicht über einen potenziellen neuen Trainer geredet. Machen wir nächste Woche bestimmt. Ja, machen wir nächste Woche. Würde ich sagen. Bis dahin ist das Ding ja vielleicht schon durch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der... Ich habe auch das Gefühl, dass das bald passiert. Ne? Ich auch. Gar nicht so lang bla bla, man hat so ein paar Sachen gehört, die haben uns gefallen und wenn das jetzt irgendwie alles sich bewahrheitet, dann können wir hier ganz gemütlich ins Tal der Glückseligen überschwenken. Genau. Derweil reiten wir jetzt erstmal mit dem aufgerollten Pferd in den Sonnenuntergang. Auf einer Kutsche, die nicht... Auf einer nicht fahrenden Kutsche mit dem aufgerollten Pferd gehen DFB-Pokalfinale. So ist der vorbestimmte Weg. Euer Weg ist nach diesem Podcast uns weiter zu empfehlen, die Eintracht anzufeuern und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnte Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Hey, 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 das kann man gut. Hey, 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 das kann man gut. Hey, hey, das kann man gut. Hey, 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 hey Vielen Dank.